Herzlich Willkommen zu Satisfactory. Das schauen wir uns heute an. Ein Spiel, das erst ja noch rauskommt. 19. März ist es soweit. Da gibt es das Ganze dann auf dem Epic Game Store. Aber bevor ich hier lang um den heißen Brei herumrede, starte ich erstmal ein neues Spiel. Weil deswegen seid ihr alle hier. Ihr wollt wissen, was es mit Satisfactory auf sich hat. Ja, später gibt es mal drei Startgebiete oder generell Gebiete. In dem Fall habe ich jetzt nur eins zur Verfügung. Das sind diese Grasfelder. Aber da kann ich mich schön ausbreiten. Da haben wir schön viel Platz. Und da werden wir uns auf alle Fälle auch entsprechend ausbreiten. So, Session Name. Gut, ich bin richtig einfallsreich. Darum nenne ich das Ganze eins. Und, ah ne, geht nicht. Eins, zwei, drei. Weil wir drei Stellen brauchen. Los geht's. Bitte, bitte, Merze. Gerne. Ich bin ja da immer für Verbesserungsvorschläge offen. Also, so ist es nicht. Und freut mich natürlich auch, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid heute Abend. Und, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass man da um 20 Uhr bei mir einschaltet. So, jetzt kriegen wir hier erstmal so ein kleines Video zu sehen. Ich rede jetzt auch nicht weiter. Ich lasse euch da einfach mal in Ruhe das Ganze ansehen. Das Ganze ist nicht so, wie ich es. Attention Pioneer. The following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary Pioneer for Fix-It Incorporated. Fix-It Pioneers have three cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Expand your factories, outposts and pipelines through automation and augmentation. That's it. Get to work and be effective. Ja, da habt ihr es gehört. Ich soll effektiv sein. Schauen wir mal. Da draussen ist Feuer. Ob das gut ist? Ich weiss es nicht. Ich weiss es nicht. Naja, hält die Kapsel hoffentlich aus. Okay. So, naja, da geht's bei ganz schön weit runter. Ui, schön. Hmm. Na ja, eine sanfte Langnung schaut anders aus. ACS. Ich weiss es nicht. Ich weiss es nicht. Ich weiss es nicht. Ich weiss es nicht. Und wie ist es? Befest. Was ist das? Was bitteschön ist das? Gaut aus wie eine Kartoffel auf vier Beinen. Naja, wird mir hoffentlich nichts tun. Ja, ich bekomme jetzt hier mal so ein Grundtutorial. Mit den ganzen Funktionen. Die resultatenden Materialien werden zurückgearbeitet, um eine Habitat- und Utilitätsbasis zu konstruieren, von jetzt auf die Beine zu bezeichnen als der HUB. Fieße, die Beine zu bezeichnen, ist kosteneffektiv und effizient. Wir werden nicht verflogen. Ui, was kommt denn da geflogen? Dieses Konsumable hat minor Heilungsproperten. Oho. Sodale. Ja genau, das musste wohl ich sein. Wahrscheinlich ja. So, ich darf hier unsere tolle Rettungskapsel abbauen. Damit wir da ein bisschen was bekommen an Materialien. Und schon kommt auch die nächste Nachricht. Was bist denn du? Interessant. Ja, Tab to Open Inventory. Das machen wir gleich, aber wow. Schaut euch mal diese Aussicht an. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja richtig cool. Wie weit man da gucken kann. Boah. Nicht schlecht. Und das tolle ist, da unten haben wir richtig viel Platz, um uns auszubreiten. Das ist doch nicht schlecht. Ja, ich mache hier mal kurz das Tutorial durch. Damit uns die dann nicht immer zutextet. Wir wissen hier gleich mal das tolle Werkzeug aus. Den Elektroschocker. Boing. 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 Hui. Da kann ich Blätter aufnehmen. Sehr schön. Servus, Blackbeard. Klar, gerne. Kann ich gerne machen, Lizzie. Also, das Spiel ist, ja, neu. Beziehungsweise, das kommt erst noch raus. Und zwar am 19. März. Diesen Jahres. Das Ganze gibt es dann im Epic Game Store zu holen. Für derzeit 29,99 ist es im Vorverkauf angeboten. Und, ja, wie es da mal mit einer Steam-Version ausschaut, kann ich euch leider nicht sagen. Könnte sein, dass das dann irgendwann auch mal auf Steam kommt. Könnte aber auch sein, dass das Ganze immer auf dem Epic Games Store oder besser gesagt im Epic Games Launcher dann letztendlich drinnen ist. Aber das wird dann die Zukunft zeigen. Ja, worum geht es hier? Was müssen wir hier machen letztendlich? Kurzum, ich darf hier, ja, eine Art Fabrik errichten. Und das Tolle ist, ihr könnt das Ganze auch im Multiplayer zocken. Das heißt, ihr seid hier nicht alleine mit dem Fabrikbau, ja, letztendlich ausgeliefert. Kann man jetzt schlecht sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Sondern ihr könnt da auch eure Freunde einladen und dann zusammen so eine Fabrik bauen. Ähnlich wie Faktorio, kann man sagen. Läuft das Ganze ab. Und ich muss jetzt sowieso schon mal nach Ressourcen scannen. Denn darum geht es ja. Eis und Herz will ich gerne haben. Mal gucken. Da drüben blinkt es. Da blinkt es auch. 300 Meter. Könnten wir vielleicht dahinter gehen, weil da hätten wir zwei Vorkommen anscheinend relativ nah beieinander. Nehmen wir lieber die paar Meter in Kauf. Aber dafür haben wir dann später mehr Vorkommen in Basisnähe. Ja, es gibt ja auch so Aliens, wie man da oben schön sehen kann. Die greifen mich auch an. Und ja, deswegen tue ich denen jetzt noch nichts. Okay. Ich habe mich kurz umentschieden. Ich lasse mich hier nicht töten. Ja, ja, ja. Immer um den Dummen rum. Ist schon klar. Ist schon klar. Du mich auch. So. Schauen wir mal, was der Elektroschocker hier kann. Oh. Alien Carapace. Ja, anscheinend. Das Rückenstück vom Alien. Das Rückenstück vom Alien. Ja, analysieren kann ich das Ganze auch, weil die das jetzt gerade angesprochen hat. So, mal gucken. Ist das ein gutes Vorkommen oder ist es kein so gutes Vorkommen? Wird er das? Das ist schon wieder so ein Alien-Vieh. Na? Du kommst nicht hoch, gell? Oh weia, ich nehme alles zurück. Bleib unten. Sehr schön. Wieder eins weniger. So, hier haben wir Eis in Erz. Dann wollen wir doch mal. Bing, bing, bing. Bing, 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 bing. Was kommt denn da schon wieder? Ah, das Vieh. So, 44 Eisenerz. Ja, dann bekommen wir es jetzt auch nochmal gesagt. Ich soll wirklich das Startgebiet sinnvoll wählen. Und auch immer so wählen, dass ich eine Eisenerzquelle in der direkten Nähe habe. Denn ansonsten, ja ansonsten, schaue ich relativ dumm aus der Wäsche. Weil wir das Eisenerz für alles brauchen. Und was ist das da vorne schon wieder für eine Kreatur? Was bist du? Bleib stehen. Bleibst du stehen. Beifuß. Ich tu dir nichts. Ich tu dir nichts, wenn du mir nichts tust. Press E to pet the lizard-Dogu. Ah, okay. Das könnte vielleicht mein Haustier werden. Bleib hier. Bleib hier. Lageblieben. Okay, ich drücke jetzt gerade E wie ein Bekloppter. Aber irgendwie. Ja, will das Tier nicht so, wie ich will. Nun gut, ist ja auch wurscht. So. Ja, bleiben wir hier gleich? Oder gehen wir besser weiter? Das ist die Frage. Ich bin eigentlich ungerne ein Typ, der sich bei der erstbesten Location niederlässt. Das schaut mir schon eher nach unserem Basisplatz aus. Ja, ist ja gut jetzt. Ist ja gut. Ich weiß, du rennst gerne. Ja. Komm. Uiuiui. Jetzt hat sich Verstärkung geholt. Äh, Reizüberflutung. Mann, oh Mann. So, einer ist rot. Ja, ihr seht. Man kann hier auch kämpfen, aber das ist ja eigentlich eher, sag ich mal, das Nebensächliche. Auch wenn es jetzt in den ersten Minuten hier nicht so aussieht. Wollen wir hier noch ein bisschen was mitnehmen. Der LXS, da ist, ähm, am 19. März. Jetzt hätte ich es selbst schon nicht mehr rausgebracht. Also in ein paar Tagen, oder besser gesagt, in genau 10 Tagen ist es soweit. Da haben wir wieder die wandernde Kartoffel. Guten Tag. Na, alles klar? Und ja, dann wollen wir doch mal was errichten. Ja, könnte man fast meinen, Lissi, dass das so eine Zündkerze ist. Könnte man echt fast meinen. So. Ich würde das da gerne hinstellen. Ich kann es aber nicht hinstellen, weil... A play is in the boy. Ja, wer wird denn das wieder sein? Ich natürlich. Ich stehe hier selbst schon wieder im Weg. So, richten wir das mal hier. Oder auch nicht. Vielen Dank. So, jetzt geht's. Voila. Das erste Teil unserer Fabrik. Das Herzstück. Naja, bisschen viel Hub. Hub-Bench und Hub-Terminal sind essentiell für die Progression zu der nächsten Objektiv. So, was haben wir jetzt? Upgrade the Hub by using the Hub-Terminal. Craft parts at the craft bench. Ja, später mal ist das Ganze natürlich auch auf Deutsch. Das ist also hier nicht nur in Englisch zu haben. So, hier könnte ich schon was herstellen. So, Eisenbahnen. Machen wir gleich mal, dass wir da einen Schwung produzieren, weil genügend Eisensatz habe ich ja gesammelt. Später automatisieren wir das Ganze dann natürlich. Wenn ich dann die entsprechenden Gerätschaften dafür habe. Aber aktuell muss ich das leider noch per Hand machen. So, Hub-Terminal. Tier 0 bin ich aktuell. Jetzt hier in der Alpha gibt es auch nur drei Tierstufen, die ich mir ansehen kann. Später, wenn das Spiel dann verfügbar ist, gibt es insgesamt sechs Tierstufen. Und ja, mit jedem Hub-Upgrade bekomme ich hier neue Dinge, die ich letztendlich bauen kann. Ich brauche allerdings für dieses Hub-Upgrade Ironrod, also so Eisenstangen. Und ja, die stelle ich mir hier einfach mal her. Zehn Stück. Und das Inventar ist schon wieder erschreckenvoll. Mann, oh Mann. Das kann ja härter werden. Hoffentlich wird es nicht noch mehr Zeugs. So, Tier 0. Select Milestone. Dann ziehen wir das hier noch rein. Und verbessern das Ganze mal. Schrematik unlockt. Und ja, jetzt gibt es neue Gebäude, neues Equipment. Und ja, neues anderes Zeugs. Die hat ein Talent, mir da immer reinzureden. Buildings und Blueprints, which can be found in the workshop, when built, Build Menü and Craft Bench respectively. So, gut. Oder auch nicht. Ja, heute moderiert hier anscheinend die AIDA oder diese komische Computerstimme den Stream. Das bitte ich zu entschuldigen. Die löst hier mich vollkommen ab. Ähm, ja. Ich darf wieder was machen. Ich darf erstmal hier reinschauen. Das ist unser Generator. Können wir auch auf Standby schalten. Aktuell tut sich da sowieso nichts. Von daher kann ich das noch so lassen, wie es ist. Und ja, hier sehe ich anscheinend später mal einen Graph, der dann anzeigt, wie es mit der Stromversorgung und auch mit der Stromproduktion dann letztendlich ausschaut. Aber erstmal Zukunftsmusik, weil ich, ja, erstmal Strom herstellen muss. Und was ist das? Barrelnut. Sieben Stück. Dieses Konsumable besitzt minor Heilungsproperten. Mehrere Analyse braucht, um Objekt-Scanner-Identifizierung zu erstellen. Da, schau her. Was für die Lebenspunkte. Das wäre jetzt auf alle Fälle gut, weil meine Lebenspunkte sind ja durch die Aliens da ein bisschen in den Keller gegangen. Aber jetzt kann ich mich erstmal wieder schön hochfuttern. Perfekt. So, wollen wir doch mal gucken. Hold C to switch what resource to scan for. Ah ja. Kann ich schon nach Kupfer jetzt scannen. Haben wir da oben? Ui. 260 Meter. 212 Meter. 644 Meter. Ja, dann glaube ich, sind wir bei den 212 Metern am besten beraten. Gehen wir da mal hin. Und holen wir ein bisschen Kupfererz hier. Schon, oder? Ist was ganz was Neues. Sehe ich auch so wund. Ja, ja, ja. Ist ja gut jetzt. So. Sehr schön. Was ist das? Limestone. Oh Mann. So, Englisch. Limestone. Ist. Ist was? Schaut aus wie Kalk, oder? Könnte das Kalkstein sein? Oh Mann, oh Mann. Da kommt es wieder durch. Wer im Englischunterricht nicht aufgepasst hat. Aber es könnte Kalkstein sein. Sicher bin ich mir zwar nicht, aber... Naja. So, da wollte ich eigentlich hin. 94 Meter. Boing. Später gibt es dann auch... Fahrzeuge, mit denen ich letztendlich herumdüsen kann. Ich frage mich jetzt nur, wie ich da raufkomme. Okay, hier auf alle Fälle schon mal nicht. Hier auf alle Fälle schon mal nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich... von der anderen Seite... mal nach oben kommen, weil da komme ich nicht hoch. So hoch kann mein Charakter leider nicht springen. Nehmen wir auch mal ruhig diese ganzen Blätter da mit. So, jetzt bin ich oben. Scannen wir nochmal. 93 Meter. Müsste eigentlich direkt hier vor der Nase sein. Da ist es. Und anscheinend werden diese Vorkommen auch immer von so einem Alien bewacht. Sehr schön. Problem gelöst. So, wollen wir mal... das Zeug hier mitnehmen. Noch habe ich ja Platz. Im Inventar. Ruhig gleich lieber ein bisschen mehr mitnehmen. Alles zu wenig. Sofern es das Inventar zulässt. Ah ja, schaut gut aus. Noch geht's. So, das reicht jetzt aber für den Anfang. So langsam scheint es hier dunkel zu werden. Naja, wie gut, dass es hier auch eine Taschenlampe gibt. Die waren wo nochmal? Ich glaube, die lag... Genau, auf der Taste. Perfekt. Ui. Habe ich anscheinend Fallschaden bekommen. Aber hat sich in Grenzen gehalten. So, was ist denn das eigentlich? Mit dem dicken, fetten Ausrufezeichen. Personal Storage Box. Das hört sich doch gut an. Da bringe ich den ganzen Schrott hier unter. Oder besser gesagt, die ganzen wichtigen Ressourcen. Schrott ist es ja nicht. Sehr schön. Perfekt. So. Build an Equipment Workshop. Very craft equipment like the portable miner. Gut. Ja, auf alle Fälle brauchen wir erstmal wahrscheinlich hier... Upferbahn. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Und dann stellen wir uns im Anschluss gleich ein paar Kabel her. Damit wir das Ganze da letztlich auch automatisieren. Ah ja, drei Kabel oder besser gesagt drei Drähte bekomme ich da raus. So, war wahrscheinlich sowieso schon zu viel des Guten. Aber gucken wir einfach mal. Equipment Workshop. Craft Bench gibt es ja auch noch. Aber die habe ich ja schon. Für den Equipment Workshop brauche ich... Iron Plate und Iron Rod. Ach so. Brauche ich gar keinen Kupfer. Naja. Umsonst haben wir es ganz sicher nicht gesammelt. So, dolele. Hier noch einen Schwung herstellen. Und dann müssen wir eigentlich das... Obala. Das Gebäude schon bauen können. Diesen Equipment Workshop. Sehr schön. So, der kommt... Ja, ich würde sagen. Der kommt vielleicht gleich mal hier hin, oder? Oder soll ich den eher hier drüben hinstellen? Gibt später auch mal Foundations, wo man dann das Ganze draufpacken kann. Damit wir es nicht immer an den Boden hinstellen müssen. Den stellen wir jetzt einfach mal hier hin. Direkt vor die Haustür. Voila. Da steht er. Ah ja. Und da gibt es diesen Portable Miner. So ein tragbarer Bohrer. Vier Kabel. Vier Platten. Ja, und... Diese Drähte habe ich zur Genüge. So, Platten haben wir. Noch ein paar Kabel herstellen. Und schon können wir auch... ... einen tragbaren Bohrer craften. So, dolele. Haben wir das schon mal. Kann ich den jetzt da unten auch reinziehen? Ah, nee. Anscheinend nicht. Wo ist er? Da ist er. Puh. Glück gehabt. Dachte schon, der ist jetzt weg. Versuchen wir das Ganze doch gleich mal hier. Wie stelle ich den jetzt auf? Wahrscheinlich hier so ausrüsten. Genau. Ja, und dann stellen wir das Ding einfach mal auf. Schaut aus wie so eine Spinne. Ey, das ist ja mal cool gemacht. Wie sich der da so aufbaut und dann hier... ...letztendlich reingräbt. Ah, ja. Sieh an, sieh an. Der fördert hier mächtig Zeugs. Das ist gut. Das ist sogar richtig gut. Aber dann sollten wir uns vielleicht noch einen zweiten bauen, oder? Für das Kupfererz dort hinten. Könnt vielleicht nicht schaden. So, was war das letzte Platten habe ich? Das habe ich, das habe ich. Eigentlich habe ich alles, glaube ich. Ah ja, genau. Perfekt. So, dann nix wie hin zum Kupfererz. So, langsam automatisiert sich das Ganze. Da hinten, glaube ich, war es. Das Vorkommen. Ah ja, gut, dass du es ansprichst, Blackbeard. Ja, soweit kann man echt nicht klagen. Also, bei mir läuft es auf alle Fälle flüssig. Bei euch hoffe ich natürlich auch. Ich habe heute bewusst auch mal eine etwas höhere Auflösung gewählt. Also nicht die 720p Auflösung, die ich ja normalerweise zum Streamen hernehme. Sondern hier ruhe ich mal Full HD. Also 1080p mit 60 FPS. Damit ihr da auch in den vollen Grafikgenuss kommt von dem Spiel. Weil der schaut wirklich echt nicht schlecht aus. Auch mit den Bäumen und die Landschaft ist hier, finde ich, richtig, richtig toll gemacht. Und auch diese Animationen hier. Kann man nicht meckern. Wow, 28 mal Copper Ore. Schon gefördert ist ja Wahnsinn. Bin nur gespannt, wie viel der da unterbringt. Ich hoffe, dass er der richtig viel unterbringt. Weil ansonsten müsste ich den immer gleich wieder ausleeren. Aber nun gut. Sehen wir ja gleich. Vielleicht ist der andere Bohrer schon voll. Ja, freut mich, wenn es euch gefällt. 61. Sehr schön. Nehmen wir das auch noch mit? Gibt es eigentlich eine automatische Sortieren-Funktion? Sword. Eine wichtige Funktion für mich. Da ich ja doch dazu neige, hier mein Inventar zuzumüllen. So. Okay. Ja, wir sollten noch so einen Schmelzofen bauen. Damit wir die Produktion der Waren letztendlich automatisieren. Dann wollen wir doch mal Smelter. Für den Smelter brauchen wir Strom zum einen. Und natürlich auch noch Iron Rod. Also wieder diese Metallstangen. Stellt sich mir natürlich die Frage... Wohin mit dem Smelter? Wahrscheinlich gleich hier hinten hin, oder? Hier hätten wir allerdings auch noch Platz. Ach komm, dann stellen wir doch hier gleich hin. Ich glaube, da macht er durchaus Sinn. 100 Einheiten können die Kleine aufnehmen? Ah ja, sehr schön. Das ist ja zumindest für den Anfang, denke ich, ein ganz guter Wert. Später braucht man wahrscheinlich dann richtig viel Zeugs. Aber jetzt so zum Beginn... Reicht das schon. Ja, die Gebäude fällen auch richtig groß aus. Oder die Maschinen, besser gesagt. Ähm. Ah ne, wenn ich den so hinstelle, seht ihr das mit dem Pfeilen? Das hat was mit... Bliesbändern zu tun. Ne, das ist ein Quatsch. Wenn ich das so mache, ist das... Ein richtiger Quatsch. Dann sollte ich das vielleicht eher hier... Zum Eisenvorkommen ausrichten. Hahaha. Schwierig. Bin echt gerade am überlegen, wie wir das am sinnvollsten lösen. Wenn wir den vielleicht hier hinten hinstellen. Machen wir es mal so. So, da leh. Der Schmelzofen steht. Riesengroß ist er. Komme ich da auch hoch? Hey cool, da kann man sogar auf die Maschinen raufklettern. Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht. Dass ich hier auch direkt drauf kraxeln kann. Das ist cool. Das gefällt mir gut. So, Iron Ignite. Ah ne, halt. Strom. Strom brauchen wir noch. Dann wollen wir doch mal. Mal nehme den Generator und verkable das Ganze mit. Ah ja, dem Schmelzofen. Ah ja. Geht jetzt zwar hier quer durch den Schmelzofen, aber gut. Hauptsache, das ist angeschlossen. Und dann schauen wir noch mal, ob das hier läuft. Das Teil. No Power. Ah ja. Wenn der natürlich nicht eingeschaltet ist, brauche ich mich nicht wundern. Was gehört denn da jetzt rein? Sowas da vielleicht. Ne, geht nicht. Liefs wahrscheinlich, oder? Ah ja. Ich brauche praktisch diese Blätter, damit der Generator läuft. Und schon haben wir jetzt hier auch einen Grafen. Sehr schön. Production. Kapazität und Consumption. Verstehe, verstehe. So. Ah ja. Und jetzt leuchtet das Teil hier auch, glaube ich. Beziehungsweise. Ah ne, ich glaube, das ist die Sonne. Das hat getäuscht. 30 per Minute. Oh. Okay. Na, dann wollen wir mal. Iron Ore. Ah ja. Qualmt, raucht, stinkt. Aber zumindest. Da läuft der Schmelzofen. Perfekt. Und da brauche ich wahrscheinlich später mal einen Förderband. Oh voilà. Wollte eigentlich die hier mitnehmen. Die verdecken die ganze Sicht. Aber weg mit dem ganzen Zeugs. Muss mich hier ausbreiten. Oh. Legen wir hier noch einen Schwung rein. Ey cool, das sieht man auch. Das wird da oben geschreddert und fällt dann hier unten rein. Und da wird es anscheinend weiterverarbeitet. Das ist ja auch cool gemacht. Schick, schick. So, jetzt habe ich doch eigentlich die Aufgaben so weiter füllt normalerweise. Holz oder Kohle könnte eventuell auch gehen. Wollen wir doch mal gucken, oder? Habe ich schon Holz? Tatsächlich, ich habe Holz. Hätte ich mal lesen können. Used as fuel. Kann ich also als Brennstoff verwenden. Biomass burners and vehicles can use it for power. Perfekt. Perfekt. Gut, dass du es ansprichst. Wahrscheinlich bekomme ich da sogar mehr Strom, oder? Weil die Blätter, sage ich mal, sind jetzt nicht gerade ergiebig. Ah ja, 5 Sekunden. Das dauert länger. So, mal gucken, ob sich da vorne jetzt auch das Material eigentlich verändert. Ah ne, ich glaube das... Ja genau, da laufen immer noch Blätter durch. Das ändert sich nicht. Die Restmenge ist es ja auch nicht mehr, oder? Dass hier vielleicht nur noch ein paar Blätter durchsausen. Und dann vielleicht das Ganze auf Holz umgestellt wird. Nee. Also da laufen anscheinend immer Blätter durch. Gut, aber ich lege jetzt trotzdem mal aktuell noch diese Blätter rein, weil... Von denen habe ich recht viele. Für den Anfang. Hey Nathan, servus. Schön auch dich mal wieder hier zu sehen bei mir. Du kannst Blätter auch zu Biomasse komprimieren, dann halten die länger. Aha. Sieh an, sieh an. Gut zu wissen. So, was brauche ich da jetzt alles? Ich brauche noch... ...mehr Drähte... ...und mehr Iron... ...Ironplates. Nehmen wir das mal mit. Wie? Schon alles durchgelaufen? Ist ja Wahnsinn. Ich rede zu viel. Ich seh schon. Muss hier... ...mehr Zeugs dran schaffen. Mehr. Immer mehr. So, Platten... ...hätten wir gerne. Bing, 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 bing. Gut. Reicht für den Anfang. Brauchen wir noch... ...e paar Drähte. Und dann, glaube ich, habe ich genügend. Das Hub Upgrade. Genau. Weil dann können wir auch schon einen Constructor bauen. Power Pole. Sehr gut. Zwei Inventory Slots. Sehr, sehr gut. Biomasse. Concrete. Schrauben anscheinend. Reinforced Iron Plates. Und Limestone. Hat man ja vorher schon... ...gefunden. So. Einmal das. Dann brauchen wir noch das. Und zu guter Letzt auch noch... ...das. Und... ...wir upgraden das Ganze. Kling, kling. Ah ja. Jetzt hat sich dieser Bereich ja auch gefüllt. Herzlichen Glückwunsch. Du hast unlockt, Scanner, Stone. Neue Gebäude und Blueprints, die können in der Build-Menü und Craft-Bench zusammengefasst werden. Jetzt wird's mal was hier. Seventes Objektiv. Hub Upgrade, Conveyor Belze. Note. Use Power Pols, um die Power Network zu öffnen, um optimalen Resultate zu verändern. Note. Constructors sind die Möglichkeit, kopieige Parten zu konstruieren, von denen nur ein Typ auf jeden Fall. So, bauen wir uns noch so einen tragbaren Ohr gleich mal. Und zwar für den Kalkstein. Ah ja, da ist er. Dachte schon, wo ist er denn jetzt? That's the Spirit. So sieht's aus. Nathan. So, wollen wir doch mal. Und bei der Gelegenheit können wir eigentlich dann auch gleich mal bei dem oberen Bohrer vorbeischauen, weil der ist zu 100% schon voll. Ja, da tut sich nix mehr. Kein Wunder. So, jetzt kann er aber wieder weiter fördern. Oh weia, da geht's verdammt tief runter. Aber ich hab's zum Glück noch geschafft, dass ich da rüberspringe. Sehr schön. So, wie viel hast du in der Zwischenzeit? Gefördert ist ja Wahnsinn. 30 Einheiten. Da komme ja ich gar nicht mehr hinterher. So, build constructors to automate production of simple parts. Build power poles to extend your power grid. Expand your production to upgrade faster. Gut, gut. Ähm, constructor soll ich bauen. Constructor haben wir hier. Kostet. Drei. Reinforced iron plates. Und zwei Kabel. Brauchen wir dafür. Ich frage mich nur mit den Förderbändern. Ich hoffe, die bekomme ich jetzt bald. Weil so wie mir das ausschaut, braucht auch dieser Constructor wieder so ein Förderband. Oder es gibt zumindest eins. Da bekomme ich noch nix. Wo bekomme ich denn die Förderbänder? Mit dem Hub Upgrade 5 nicht. Ach doch, da ist es, oder? Genau, da ist das Förderband. Habe ich gar nicht gesehen. Im nächsten Hub Upgrade kann ich Förderbänder bauen. Das sollte ich bedenken. Nicht, dass ich mir hier alles zukleistere. Nun gut. Reinforced iron plates. Wollen hergestellt werden. Aus. Schrauben. Alles klar. Ähm, ja. Was mache ich eigentlich? Ich sollte hier viel mehr die Gerätschaft nutzen. Wenn wir sie schon mal haben. So, die brauchen wir. Bing, 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 bing. Dann die herstellen. Und dann die herstellen. Okay, gut. Und dann müssten wir jetzt eigentlich einen Constructor bauen können. Na, wer sagt's denn? Nur die Frage wieder mal, wohin damit? Wohin damit? Constructor. Ja, der muss wahrscheinlich, logischerweise, hinter dem Schmelzofen liegen. Weil ansonsten wird's natürlich mit der Produktion ein bisschen schwierig. Habe ich jetzt eigentlich doof angelegt. Um ehrlich zu sein, weil... Ich glaube, das könnte komisch ausschauen. Später mal mit den Förderbändern. Das könnte richtig komisch ausschauen bei mir. Naja. Aber... Hauptsache, es ist effizient. Schön muss es nicht sein. Wäre zwar... Nicht verkehrt, aber gut. Und dann brauchen wir hier noch eine Powerline. Missing Cable. Ah, ja. Hoppala. Ohne Kabel gibt's natürlich auch keine Stromversorgung. Muss ich den jetzt... You can't connect more lines to this connection. Achso, das geht gar nicht. Brauche ich da jetzt diesen Powerpole, oder? Den bräuchte ich theoretisch, wenn ich... ...neue Dinge baue. Jetzt weiß ich nur nicht, was ist denn das da unten? Das sind Drähte. Und das ist irgendwas anderes. Powerpole, da steht's. Ah, falsch. Verklicke ich mich schon wieder. Konkret. Konkret. Alles klar. Wollen wir doch mal sehen. Konkret kann ich herstellen. Koppa eignet noch eben herstellen. So, jetzt müsste es eigentlich reichen, oder? Für den Powerpole. Sehr schön. Kannst du jederzeit alles ohne Verluste abbauen und neu bauen. Ach so. Das ist ja gut zu wissen. Danke dir. Das wusste ich jetzt echt noch nicht. Ich habe zwar vor dem Stream mal kurz rein geguckt, um mich ein bisschen mit den Grundlagen hier vertraut zu machen. Ja, stellen wir den mal hier hin, oder? Diesen Powerpole. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ich glaube, es macht Sinn, weil... ...das ist so eine Verteilstation. Da kann ich vier Kabel dranhängen. Sieh an, sieh an. So, das weg. Und Kabel herstellen. So, so, so. Und so. So, so. Ja, so bringt es mir nichts. So bringt es mir nichts. Da muss ich... Da muss ich ja das Kabel wegnehmen. Kann ich das wegnehmen? Kann ich das Kabel wegnehmen? Beziehungsweise, wie kann ich das Kabel wegnehmen? Ah, wahrscheinlich mit diesem Abreißen-Menü, hm? Powerline, genau. So geht's. Aha. Okay. Okay, okay. Hier so rüber. Dann hier so rüber. Genau. So wollte man das. Und das dann hier so rüber verkabeln. Und dann müssten jetzt, nach meinen ausgeglückten Berechnungen, alle Gerätschaften laufen. Sehr schön. Bekommt Strom. Und das Teil hier müsste eigentlich auch Strom bekommen. Oder läuft da noch was durch? Ja, durchlaufen tut noch was. Gut, ja, dann stellen wir hier... Was stellen wir hier her? Biomasse könnte ich auch herstellen. Ich glaube, dass diese Platten ganz wichtig sind. Zumal wir ja die Eisenproduktion sowieso schon weitestgehend automatisiert haben. Stellen wir mal die her. Ich länge mir jetzt mal ruhig 100 Stück rein. Das ist auch cool hier. Schaut zwar jetzt aus, als würde der hier Schrauben herstellen, aber... Die Produktionswege sind ja mal richtig cool gemacht. Wenn man das hier so anschauen kann. Kann ich mich gar nicht satt sein. An dem ganzen Zeugs. War das eine Frage, Blackbeard? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Mit dem... Abbauen. So, dann stellen wir das gleich her. Was brauche ich eigentlich für das nächste Upgrade? Reinforced Iron, Concrete. Ah ja, und sowieso diese Ironplates. Sowieso die Ironplates. Na dann. Gehen wir hier noch schnell was her. Das war eine Aussage. Alles klar. Ne, kein Ding. Kein Ding. Bin sowieso gespannt, was hier mal reinkommt. So, Reinforced Iron. Da braucht man auch Schrauben. Viele Schrauben. Richtig viele Schrauben brauchen wir da. Und auch richtig viele Ironplates. So, her damit. Und rein damit. Das nehmen wir gleich mal mit. Und wie schaut's da hinten aus? Da schaut's gut aus. Ah ja. Zwei Ironplates kann ich schon bauen. Dann müssen wir doch mal wieder schrauben. Brennen wir durch gleich. Noch eine zusätzliche Ironplate her. Lieber zu viel als zu wenig. So, ein Kabel. Und dann sind's nur noch die Eisenplatten, die ich brauch. Mitnehmen. Und rein damit. Wäre sowieso gleich ausgegangen. Also bisher muss ich sagen, gefällt mir das Spiel richtig, richtig gut. Mit diesen Produktionswegen. Und allem drum und dran. Macht richtig, richtig Spaß. Und jetzt sind wir ja eigentlich erst am Anfang. Später, wenn das mal alles hier vollautomatisiert läuft. Mit den Förderbändern. Dann, glaube ich, wird das richtig, richtig cool. Da muss man sich dann auch nicht mehr mit so, ja, Plattenherstellung abmühen. Hier am Arbeitstisch oder an der Workbench. Und dann kann das Ganze schön automatisieren. Ja, 28 Platten habe ich erst. Das ist zu wenig. Das ist viel zu wenig. Ich habe eigentlich, warum habe ich noch immer die Taschenlampe an? Mann, Mann, Mann. Ich alter Verschwender. 40, okay. Gut, dann stellen wir eine Zwischenzeit Kupferbahn her. Weil die brauchen wir für das nächste Mal wieder. Mit Rechtsklick könnte ich das in die To-Do-Liste packen. Okay, und jetzt? Äh, ja. Keine Ahnung. Vielleicht geht das noch nicht. Zumindest habe ich jetzt noch nichts festgestellt mit dieser To-Do-Liste. Gibt es wie bei Faktorio Greifarme? Noch nicht. Ah ja, perfekt. Danke dir, Nathan. Ich hätte es ehrlich gesagt nämlich gar nicht gewusst. Stimmt, das habe ich mitbekommen. Dass später mal Eisenbahn hier noch letztendlich reinkommen. No power. Oh, no power. Oha ja, oha ja. So, wie gut, dass ich das Holz aufgehoben habe. Dann brauchen wir aber auf alle Fälle gleich wieder Blätter. Blätter, richtig viele Blätter. Alles einsammeln. Zack, zack. Ja, damit. Flower Petals. Was auch immer das schon wieder ist. Paleberry. Okay. So, packen wir die wieder rein. 53. Diesmal müssen wir uns noch gedulden. Aber das Eisen wird sowieso schon wieder knapp. Ähm, was wollte ich jetzt? Ah ja, stimmt, das wollte ich mitnehmen. Habe ich hier kurz auf den Chat geachtet. So, wisst ihr was? Ah ne, ich habe wieder Platz. Die Sortierenfunktion rettet mich mal wieder. Vor der Überfüllung. Ich glaube, das ist so eine Art, ja, automatischen Bohrer geht, Matze. Und von dem läuft das Ganze dann aufs Förderband und, ja, dann letztendlich weiter zu den einzelnen Produktionsstätten. So, glaube ich, müsste es laufen. Aber wie gesagt, genau. Habe ich mich hier selbst noch nicht, ja, eingespielt, sage ich mal. Weil so weit war ich selbst noch nicht. Also, ich habe es nur ganz kurz angetestet. Von daher dürft ihr mich da gerne, wenn ich irgendeinen Schmarrn mache, darauf hinweisen. So ist es nicht. Sieht, ich will ja hier eine effiziente Fabrik aufbauen. Und keine 0815 Fabrik, wie es anscheinend aktuell der Fall ist, weil es Eisenhaus geht. Venno! So, schnell ändern. Mann, oh Mann. Immer dieser Produktionsausfall. Kann ja nicht angehen. So, vier Platten noch. Voila! Vier Stück sind fertig. Dann nix wie hin zum Hub Tournament. Terminal fürs dritte Upgrade. Und da tut sich jetzt schon so einiges. Noch ein Platz. Dann ein Conveyor Pole. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe keine Ahnung. Da kann ich was machen. Wahrscheinlich auch irgendwas mit der Stromversorgung, gehe ich mal stark davon aus. Ja, ein Förderband. Boundations. Wie vielleicht, äh, vielleicht sag ich schon. Wie bereits vorher erwähnt. Mann, oh Mann. Ranten. Wände. Noch mehr Wände. Und Biomasse. Okay. Select Milestone. So, 75 Eisenplotten. Hätte ich nicht gedacht, dass die dann doch uns so lange aufhalten. Aber alles zu seiner Zeit. So. New Buildings. New Craftable Parts. Und Player Upgraded. New Buildings and Blueprints. Which can be found in the Build Menu and Craft Bench respectively. Okay, dann schauen wir doch gleich mal in die Craft Bench. Ah ja. Bio-Masse kann ich da herstellen. Okay, ich darf also den Generator nicht ja, übertakten, weil das ist nicht als Ware. So, jetzt schauen wir mal mit diesem gepressten Zeug. Ah ja. Geht schon viel, viel besser. Ah, die Stützpfeiler für die Fließbänder sind das. Ach so. Jetzt verstehe ich. Danke dir. So, jetzt bauen wir doch gleich mal so ein oder nicht. Ne, bauen wir nicht. Weil ich was dafür brauche. Logistics. So, das wollte ich auch nicht. Das wollte ich eigentlich angucken. Iron Plates. Stinknormale Iron Plates. Fürs Förderband und für diesen Stützpfeiler brauche ich konkret, Iron Plates und Iron Rods. Alles klar. da brauchen wir überall Zement und für die Wände Ah ja, Zement. Kann man sich dann aussuchen, ob man hier eher so eine gelbe Wand nimmt oder halt eher die, ja schlichte Variante die nicht verkleidet ist. Nun gut, aber ich will jetzt erstmal Förderbande bauen. Und deswegen machen wir das jetzt hier auch gleich mal. Voila. Hey, cool. Die ersten Eisenbahnen laufen hier zum Constructor und der müsste eigentlich gleich loslegen. Genau so ist es. Perfekt. Das ist ja mal richtig cool. Es läuft. Sehr schön. So, das mitnehmen. Gleich wieder hier bestücken. Sehr, sehr gut. Kann der Eisenplatten herstellen. Ui, ui, ui. Aber staut sich da was. Ah ne, läuft eigentlich gut durch. Ich glaube, das muss passen. Ich glaube, das geht. Sehr schön. Da, es wird. Gleich mal gucken, was wir fürs nächste Ding brauchen. Ah ja, wieder Eisenplatten. Das war auch der Grund, warum das Spiel uns ganz am Anfang doch gesagt hat, du brauchst immer Eisen in der Nähe, weil alles fast aus Eisen hergestellt wird. Da sieht man es wieder schön. Auch diese Eisen Stangen wieder mal. Konkret und Cable. Verstehe, verstehe. Und da stand auch was von. Storage Container. Sehr schön. Und da haben wir dann auch so ein Miner. Boah, das wird aber das wird sportlich. Wenn ich da hinten das Vorkommen anzapfen möchte bis hier vorne. Ui. Ui, 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 ui. Mir schwan Schreckliches. Ich glaube, das wird ein ziemlich langes Fließband. Ein richtig langes Fließband. Aber ich glaube, das muss ich fast in Kauf nehmen. Nun gut. Erstmal wieder Zeug holen. Und das Kupfer sollte ich auch wieder abholen. Unbedingt. Nix wie hin. Genauso wie Limestone für ein Concrete. Weil da tut sich auch schon wieder nix mehr. Schnell rauf. So. Portable Miner er damit mit dem Zeug. Leaves and Wood. Cool. Da kann ich es aber nicht mitnehmen, oder? Ne, da geht es nicht. wie gut, dass ich der Fallschaden da in Grenzen hält. Aber da haben wir sowieso wieder Nahrung. Oh, naja. Geht schon los. Not enough space. Wenn ich das schon lese. Aber ich habe doch eigentlich Platz. Da hätte ich doch eigentlich noch Platz. Ah, ja. Hatte ich vor anscheinend nicht. Naja. Das Holz brauche ich nicht so wirklich. Also ist das Laub schon so ziemlich das Wichtigere, sage ich mal, oder? Da war doch schon mal mehr auf dem Förderwand. Was ist da los? Eisen wird knapp, okay. Aber wahrscheinlich weil das Teil die ganze Zeit vorher nicht gelaufen ist. Das Förderwand, drum hat man da am Anfang so viel. So, sehr schön. Kannst du da weitergehen? Wie schaut es mit unserem Generator aus? Ui, da ist nicht mehr viel da. Da ist gar nicht mehr viel da. Biomasse brauche ich. Hey, da kann man sich ja richtig viel herstellen. 50 Biomasse haben wir. Reicht erst mal wieder. Schön, schön. Es ist einfacher als du denkst, die Stromkabel und Förderbänder können recht weit gezogen werden, bevor du Poles brauchst. Ach so, okay. cool ist nachher das wahre. Ah ja, verstehe. Vielen Dank euch beiden da für die Tipps. Also, wie gesagt, da bin ich echt froh drüber. So, Biomasse Leafs können wir uns auch gleich herstellen. Machen wir jetzt auch gleich. Hätte ich eigentlich vorher schon machen können, aber ja, habe ich schleider nicht dran gedacht. Copperignit. Noch eben herstellen und Concrete, ganz wichtig. Brauchen wir ja auch wieder. Den Kalkstein, glaube ich, brauchen wir sowieso nur für die Concrete-Herstellung aktuell. So, stellen wir hier noch einen Schwung her und dann natürlich auch Kabel wieder herstellen. damit wir da mit der Stromversorgung gut durchkommen. So, Hub Terminal. Ja, fehlen noch die Metallstangen. Seht ihr das? Die Produktion kommt zum Erliegen. Das ist nicht gut. Kann ich jetzt eigentlich hier auch das irgendwie ausschalten, das Förderband, dass das da mal eine kurze Zeit nicht durchläuft? Kann ja nur immer den Ding ausschalten, oder? Diesen Smelter. Das brauche ich nämlich jetzt alles. oder ich nehme es mir einfach hier raus und stelle es an der Werkbank her. Oder auch nicht. Kein Platz mehr. Wenn du die Surge Milestone anklickst, kannst du den Kram schon reinwerfen. Ah, da kann ich... Das bleibt dann drin. Ach so. Aha. Ach so. Ja, das machen wir doch gleich mal. Danke dir. Das ist auf alle Fälle gut zu wissen, weil... Ah ja, da habe ich jetzt auch oben das Torten stehen. Perfekt. Danke dir. Das Förderband läuft permanent. Ach so, hat das die gleiche Idee, Blackbeard. Nee, danke auch dir. Auf alle Fälle. So, jetzt habe ich hier sowieso kein Eisenherz mehr. Schnappen wir uns nochmal eben was. Ich will jetzt auch mal bewusst keinen zweiten Portable Miner bauen, weil mit dem nächsten Tier-Upgrade bekommen wir ja dann sowieso den guten Bohrer. Ich glaube, das kann ich mir jetzt erstmal sparen. Auch wenn es natürlich jetzt aktuell besser wäre, weil könnte ich noch mehr Eisenherz ran fördern, aber gut. Ich glaube, der neue Bohrer hat dann auch ganz andere Durchsatzzahlen als dieser kleine Mini-Bohrer. So, haben wir eigentlich schon genügend Platten. Habe ich ja jetzt doch schon immer hergestellt. 100 Stück! Da ist die Produktion sogar zum Erliegen gekommen, weil ich nicht aufgepasst habe. aber das ist gut, weil dann haben wir hier genau die 100 Stück, die wir auf brauchen. Aha, verstehe! Verstehe! Ja, dann könnten wir das schon machen, aber gut, jetzt habe ich, jetzt habe ich es eigentlich gleich. Weil dann könnte ich den Bohrer dort vorne auch nehmen. noch eben hier die Rohre herstellen. Und dann das da rein und Upgrade Hub. Deleted. Ui, der Raum! Oho! Gemütlich! Nicht schlecht, der spricht. Objective Hub Upgrade Molecular Analysis Note To ensure full mastery of skills and equipment I have been asked to not interfere with this last objective. Good luck! Okay. Ja, wir haben einen neuen Raum. Kann ich hier eigentlich auch direkt was machen in dem Raum oder ist der schaut mir fast aus wie doziere. Was geht hier? Ah ja. Stehe ich oben und jetzt? Ah, da habe ich einen zweiten Biomasse Schredder. Das ist gut. Das ist richtig gut. Dann verkabeln wir das Teil am besten auch gleich. Mal mit dem Missing Cable. Na. Ja. Wenn ich was hätte, gell? Dann würde ich das auch durchaus verkabeln. Das stimmt ja auch wieder, ja. Wenn ich expandieren möchte, könnte ich eigentlich dann noch einen zusätzlichen bauen. So, jetzt muss ich aber erstmal das Teil hier anschließen. Voilà. So, jetzt ist der aber auch wirklich voll ausgeschöpft. Dieser Power Pole. Das heißt aber auch gleichzeitig, wenn ich den mit den beiden speise. Irgendwie gefällt mir das nicht. Wäre vielleicht sinnvoll, wenn ich den Power Pole hier vorne bauen würde. Ich kann ja sowieso alles abreißen, hat es geheißen. Dann machen wir das doch mal eben. Weil wie gesagt, so ganz bin ich da nicht glücklich mit dem, was ich da fabriziere. Gefällt mir irgendwie nicht. Ich könnte ja eigentlich jetzt, ich könnte das doch auch auf Foundation bauen, oder? Die Gerätschaften. Dann hätte ich mal eine schöne gerade Fläche, weil Konkrete habe ich dabei. Machen wir jetzt Foundation. 8 mal 4, 8 mal 2. Ähm, 8 mal 4. War schon hoch, oder? Da reicht doch eigentlich 8 mal 2. Ich glaube, das ist eher meins. 8 mal 2, glaube ich, reicht. Obwohl, wenn ich dann hier so hochkomme, hm. aber will ich überhaupt so weit hochbauen. Wahrscheinlich zukunftssicherer ist diese 8 mal 4 Variante. Ach komm, dann bauen wir die 8 mal 4. So, was mache ich schon wieder im Inventar? Ich will eigentlich hier ins Baumenü. Noch ein bisschen ungewohnt die Menüführung. So, ist das eigentlich gerade, oder ist das Scheps? Könnte Scheps sein, oder? Mh. Da bauen wir es einfach mal. So, machen wir einfach mal hier eine schöne große Fläche. Und dann habe ich leider kein Concrete mehr. Aber das können wir ändern. Ja, ich habe es gemerkt, Nathan, mit dem Vorausplanen, das war jetzt da oben sowieso nicht so wirklich das wahre da hinten, wo ich den hingesetzt habe, hat mir ehrlich gesagt nicht gepasst. Hat mir gar nicht gepasst. Ja, jetzt glaube ich stimmt es auch hier wieder einigermaßen. Ich bin zwar jetzt hier im Eisenherz drin ein bisschen im Gebiet, aber dürfte glaube ich nicht weiter stören. So, Concrete brauchen wir. Und Licht machen wir auch gleich. Da will ich wieder nur nicht vergessen das auszumachen. Hey, cool, schon fertig. Perfekt. Das tolle ist, die Foundations werden hier auch rangezogen, also muss man da nicht lange irgendwie ausmessen, dass das passt. Bing, bing, ah, okay. Habe ich schon nichts mehr. So schnell geht's. Aber gut, dann können wir doch jetzt, dann können wir doch jetzt eigentlich hier das Teil darauf setzen. Und zwar setzen wir das, ich setze mir jetzt das rauf, das setzen wir vielleicht hier so hin, obwohl das können wir eigentlich auch in die Mitte setzen. Ach komm, machen wir es hier mal hin. Die Gerätschaft nehmen wir mit. Da. Und die Gerätschaft dort hinten nehmen wir auch mit. wie gesagt, das war ja nur ein Provisorium, bis wir hier die Foundations bekommen haben. Production. Ah, stimmt, den Miner kann ich ja jetzt auch schon bauen. Brauchen wir auch wieder Konkret. Dann fangen wir mit dem aber an. Weil vom Miner geht alles aus. Nicht, damit ich hier wieder Förderbänder habe, die kreuz und quer laufen. Will ich ehrlich gesagt auch nicht. Obwohl es wahrscheinlich mehr Sinn machen würde, wenn ich einen großen Bohrer erstmal bei den weiter entfernten Gebieten platzieren würde. Aber gut, das machen wir jetzt einfach mal. So, das nehmen wir mit. Dann nehme ich dich auch gleich mit. Kann ich eigentlich kann ich eigentlich das Teil hier auch wieder abreißen. der Hub. Wie ist denn das, wenn ich das jetzt abreiße? Weil ihr seht es ja hier. Schief. Schief ist nichts schön. Gar nichts schön. Oder verliere ich dann auch die ganzen Hub Upgrades? Weil das sollte ich dann vielleicht nicht machen. Erweiterung bleiben bestehen. Achso. Bleiben bestehen. Ja, wenn die bestehen bleiben. Obwohl das von Haus aus eigentlich schief ist, was ich hier gebaut habe. Was baue ich in der Heimer für Zeugs? Eieieieiei, so. Matt baut schon wieder komische Sachen. jetzt nehmen wir aber das auch gleich mit. Weil wenn die Erweiterung hier bestehen bleiben. So. Das hat jetzt wahrscheinlich keinen Platz mehr gehabt, oder? Gehe ich mal stark davon aus. Ja, so ist es auch. Hatte keinen Platz mehr. Sortieren? Ah ja. Nehmen wir mal das hier mit. Kann ich auch irgendwas verschrotten? Diese Paleberries. Weg damit. Nehmen wir lieber das jetzt mit, weil dann haben wir hier schön viel Platz. Dann können wir das nämlich nochmal ganz anders aufziehen. Weil dann könnte ich doch. Ey, wisst du was? Wieso sollte ich es mir großartig umständlich machen? Wir könnten doch die Basis auch ganz einfach woanders hinsetzen. Dass wir da mittiger bei den drei Ressourcen vorkommen sind. Habe ich da Platz? Hätte ich eigentlich vergleichsweise viel Platz. Müsste ich zwar beim Eisenherz bisschen mehr Weg einplanen, aber dafür wäre es hier vielleicht auch schöner. Wisst ihr was? ich platziere hier das Ganze. Das mache ich jetzt. Foundations. Den Platz werde ich brauchen, oder? Ich denke es mir nämlich fast. Weil da oben war es irgendwie es wäre zwar schon vielleicht irgendwie gegangen, aber ich sage mal so, jetzt wo ich noch in der Anfangsplanung bin, warum soll ich mir da unnötig das Leben schwer machen? muss ja nicht sein. So, okay, gut, dann wollen wir bauen, einmal The Hub. Bin nur am überlegen, die Generatoren waren, die waren auf der, von mir aus der rechten Seite. Macht das Sinn? So? Macht so Sinn? Mal eben überlegen, wie ich das am sinnvollsten ausrichte. So, da wären die Generatoren dort oben. Mach mal so. Ich glaube so könnte es ganz gut passen. genau. Und dann haben wir nämlich hier die Generatoren. Ich glaube, das ist jetzt eher von Erfolg gekrönt. Damals war jetzt ein bisschen Versatz drin, aber da kommt halt dann einfach noch was hin. Soll ja nicht das letzte Teil gewesen sein, das wir da bauen. und dann schnappe ich mir nur ganz kurz noch bisschen Konkret. Damit wir auch für die anderen Gerätschaften genügend Platz haben. Konkret. Konkret ist hier. Aber das ist schon gut, dass man da alles nochmal abreißen kann, ohne hier irgendwie Verluste hinnehmen zu müssen. Weil das wäre echt ärgerlich. Erst hat man die Foundations nicht, dann hat man sie. Dann kann man aber nicht mehr so richtig bauen, weil man dann voll drauf zahlt. Das wäre nichts. Storage Container habe ich auch. So, jetzt geht die das Expandieren geht hier los. Missing Konkret. Okay, holen wir uns noch eben bisschen Konkret und dann habe ich, denke ich, genügend Platz geschaffen. Reicht für den Anfang für die richtig fetten Produktions Gebäude. Mache ich hier auch noch kurz mit. Ah, ja, das ist eine gute Idee. Blackbird, das ist eine sehr gute Idee. Äh, Nathan, Entschuldigung. weil den Platz könnte ich echt gut gebrauchen. Das macht man, glaube ich. Das machen wir auf alle Fälle. So, ähm, da wollte ich noch zwei Dinge hinsetzen. Zwei Foundations. ist, weil, nie, halt. Verpeilt wie immer. Natürlich brauche ich erstmal Konkret. So, jetzt Abreissen möchte ich das Ganze. Weg damit. Gut. Jetzt schaut es doch schon mal nach was aus. Schön. So wollte ich das. Ja, wir brauchen jetzt erstmal diese Cable Powerpoles. So heißen sie. Ich würde fast sagen, wir bauen, bauen wir den mittig. Den bauen wir jetzt einmal mal mittig. Das wird unser Verteilzentrum. machen wir es einmal so. Und einmal so. Das heißt, wir haben hier noch zwei ja, zwei Verteiler übrig. Aber einen brauche ich ja, um zum anderen zu kommen. Das heißt, uns bleibt eigentlich nur noch ein Verteiler. Ja, dann sollte ich diesen Powerpool hier unten vielleicht hinstellen. Wäre mal so eine Überlegung. Vielleicht auch in einer Linie. Muss zwar nicht sein, aber wenn es geht, dann machen wir das. Da könnte ich eigentlich auch gleich so anschließen. haben wir hier schon mal die Stromversorgung dort drüben sichergestellt soweit. Okay, dann brauchen wir natürlich aber auch darf man auch nicht vergessen eigentlich auch hier oben den Strom. Geht schon los. Mit diesen vier Verteilzentren ist es gar nicht so ohne. Das heißt, das brauchen wir dann dort oben beim Eisenerz. Dann muss man schon richtig gut mitdenken. So, möglichst auch wieder in einer Linie. Könnte man zwar auch anders bauen, aber bin halt dann doch ein Fan davon, wenn es ein bisschen nach was ausschaut. Okay, schön und von diesen Verteilern können wir dann die Geräte anschließen. Das Zeug mit, damit man auch was erkennen kann. So, gut, gut, das hätten wir. Okay, dann bauen wir doch, ja, dann bauen wir auf alle Fälle gleich mal so einen meiner dort oben. Kann ich den schon bauen? Habe ich da jetzt die nötigen Dinge dafür? Meine ja, habe ich. Sehr schön. Eine richtig fette Gerätschaft. So. Ah ja, geht sogar direkt nur hier, also, da hinten wird es gar nicht gehen, oder? Obwohl, da könnte es vielleicht gehen, wenn das nicht im Weg wäre. Mal eben kurz gucken. und vielleicht kann ich da auch zwei Miner hinsetzen. Was mir wiederum Doppelt Eisen einbringen würde. Das könnte funktionieren. Das könnte sogar sehr gut funktionieren. Schauen wir mal. Ein bisschen austesten. So, die Richtung stimmt auf alle Fälle schon mal. Ja, jetzt fehlen mir leider die Ressourcen zum zweiten Miner, aber den bauen wir dann auch noch. Da habe ich das Fließband. Wenn wir hier die Schmelze hinsetzen, könnten wir das Zeug da runter liefern lassen. Da vielleicht in so Container rein, wenn wir da einen Constructor jeweils hinsetzen würden. Aber gut, jetzt müssen wir den erstmal anschließen. Das ist das Wichtigste. weil ohne Strom funktioniert der natürlich nicht. Okay, angeschlossen ist er. Konfigurieren. Was kann ich da konfigurieren? Aktuell nichts. 30 per Minute. Der hat schon einen anderen Output als der alte Miner. So, Biomasse reinwerfen und dann mal gucken, wie der hier gleich oben loslegt. habe ich da noch meine gepresste Biomasse? Da habe ich sie. Kann ich die auch teilen? Ah ja, Split Stack, das ist gut. Und dann kommt das hier rein, das kommt da rein und dann müsste eigentlich der Bohrer da oben laufen können. Hey, cool. Sehr schön. Perfekt. Gehen wir rein ins Gestein. Sehr schön. So, kraxen wir mal eben hoch. Will ich mir natürlich genauer angucken. Ja, sehr schön. Kraxen wir hoch, damit ich auf der anderen Seite wieder runterfalle. Hui. So, jetzt bin ich oben. Gut gemacht. Schick, schick. schön. Geht definitiv. Eventuell reicht das also sogar für mehrere Schmelzen. Da habe ich noch keine Erfahrung. Ah, okay. Das wäre gut. Dann könnte ich sogar ich jetzt mal bewusst nur eine Schmelze. Die baue ich aber auch, glaube ich, baue ich die auf einer Foundation. Muss eigentlich nicht sein. Aber dann könnte man hier zweimal Eisenerz fördern. Was haben wir da nochmal gebraucht? Iron Rot und Portable Miner. Iron Rot Iron Rot und erst mal Iron Ignit herstellen. Oh, stimmt und ich muss oben unbedingt noch die andere Gerätschaft abholen. Darf ich nicht vergessen. Weil es schmelzt, ob da eine Leistung dabei steht. Ah, okay. Muss ich nochmal gucken. Da habe ich ja das Teil hier komplett vergessen. Unseren Equipment Workshop. So, nehmen wir auch gleich mit. Sehr schön. Dann kommt er auch gleich wieder da unten hin. Könnte man gleich hier wieder hinsetzen. Da hat er denke ich ganz gut gepasst. Equipment Workshop. Perfekt. Schön. So, ansonsten brauche ich hier unten noch nichts. Zumindest nicht gleich. Portable Miner. Drähte. Drähte. Wie gut, dass ich genügend Kupferbahnen gesammelt habe. Raft. Dann bauen wir uns nach kommen. Dann bauen wir uns gleich mehr. Weil es wurscht ist. Sehr schön. So, noch ein Stromkabel herstellen. gut. Okay. Zeit für den nächsten Gesteinsbohrer. Den packen wir gleich mal hier hin. Genau. Auch nach vorne ist die Ausgabe. Sehr schön. So, wenn wir sowieso gerade mal dabei sind, diese ganzen Miner zu platzieren, können wir auch gleich hier weitermachen. Muss man den nur eben mitnehmen. schon wieder kein Platz mehr. Ah, Sortieren Funktion hat leider auch nicht den gewünschen Effekt erzielt. Wisst du was, ich muss mal eben was loswerden. Personal Storage Box. So, da kommt jetzt erstmal das Holz rein. Eisenerz, gut, das darf ich nicht vergessen. Das können wir nachher gleich in den Schmelzer reinpacken. Schrauben weg damit. Gut, okay. Weil dann kümmern wir uns im Anschluss um die Stromversorgung. Grab all. So, ja, das Kalksteinvorkommen scheint mir da hinten zu sein. Mal gucken, wie das dann mit dem Bohrer dann gleich ausschaut. ob ich den da noch schön ausrichten kann. Ich hoffe es. Normalerweise müsste das Ding jetzt doch da gleich zerspringen. Oder nicht? Na? Jetzt. So, okay. Meiner. Ah ja, da geht der Meiner. Einmal drehen, 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 drehen. So geht er nicht, weil, weil der Powerpole im Weg ist. Also, komplett falsch gebaut habe ich das. Okay, gut. Müssen wir die nochmal abreißen. So, zweiter Versuch. Meiner. mal eben kurz gucken, ob ich das da schon richtig ausrichte. Ja, das stimmt. Okay, haben wir den schon mal. Gut, und dann kümmern wir uns ums letzte, das wir noch brauchen, und zwar ums Kupfererz. Und dann das alles später noch verkabeln. Hoffentlich endet das nicht im Kabelsalat. Oh, voilà. Den mitnehmen und aufnehmen. Schön, so. Ja, wie ich den jetzt ausrichte, das ist jetzt die Frage. Da komme ich gar nicht hoch. Entweder wir gehen hier runter, das halte ich aber für ein gewagtes Unterfangen. Wir könnten natürlich hier rüber so ein Förderband legen, das wäre schon lustig. Hier über die Klippen und dann da runter, aber ich glaube, da würde ich viel zu viel Material eigentlich verschwenden. Ja, war klar, dass das nicht gut geht. jetzt mir eigentlich denken können. Okay, danke dir. Schwebt der Bohrer? War irgendwie fast zu aus, aber gut, wird schon passen. So, ähm, ja, wie machen wir es mit dem Bohrer? Ich würde fast sagen, dass wir den nach vorne ausrichten, oder? Also hier in die Richtung praktisch, so wie ich jetzt stehe und wird das Ganze dann am besten ja, vielleicht irgendwie parallel laufen lassen, ist jetzt gut gesagt, da muss ich von der Anhöhe runter zur Basis, aber gut, wird schon schief gehen. Aber zumindest auch mal ein hohes Förderband und nicht immer nur ein ebenerdiges mal was anderes. So, jetzt aber erstmal den hinstellen. Can't afford, we can't afford. Ah, einmal Konkret. Heieieieiei. Schlecht geplant. Gar nicht gesehen, dass ich da noch einmal Konkret brauche. Heieieiei. Ja, Fallschaden auch wieder bekommen, aber zum Glück nicht viel. So, Konkret. Das mag sowas alles noch sehr mühselig erscheinen, was ich da betreibe, aber ich denke, sobald mal dann die Bohrer stehen, dürft es leichter gehen. So, probieren wir es nochmal. Sehr schön, genau so wollte ich das. Zack. Wunderbar. Bohrer Nummer 3 steht auch. Sehr schön, ja dann fangen wir doch gleich mal mit der Schmelze an, dass wir das hier vor Ort schmelzen lassen, das war ja der Hinweis und der Tipp, den ich da auch gern beherzige. Wir könnten die Schmelze eigentlich, stellen wir die hier auf die Anhöhe, eigentlich ist es wurscht. Will sie da unten ehrlich gesagt nicht rein platzen. Können wir höchstens mal gucken. Fällt das groß aus? Ah ne, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Platz habe ich ja genügend. Wo ist das gerade? Ja, einigermaßen. Müsst passen. Behaupte ich mal. Ah ja. So, brauche ich hier so eine Stütze auch oder kracht mir das irgendwann mal runter? Ich baue jetzt einfach mal so eine Stütze testweise. Äh, ja, das war nix. Das war nix. Wie muss ich das verstehen? Kann ich die Höhe hier auch irgendwie anpassen? Return to Build Menü, Build, Rotate Hologramm. Weil wenn ich hier hoch schaue, tut sich nix, oder? Nee. Na gut, aber ich glaube, das brauche ich jetzt auch hier nicht. Das wird mir schon nicht unter dem Gewicht zusammenbrechen. Also, das Förderband funktioniert schon mal. Nein, ich will nicht geschmolzen werden. So, dann wiederholen wir das Ganze. Hier unten. Ah, nee, hier unten brauche ich aber keine Schmelze. Da brauche ich was anderes, hat es ja geheißen. Und nachdem ich das noch nicht habe, werde ich das auch noch nicht bauen können. Weil da haben wir alles nix. Der gleiche. Und wieder wie getan. Wenn ich so bauen kann, brauche ich keine Poles. Okay, perfekt. Das hört man gerne. So, will ich hier eigentlich auch noch einen reinbringen? Ein meiner? Bin nur mal neugierig, ich brauche keinen dritten, aber mich interessiert es einfach mal. Ah, nee, das hätte mich jetzt auch gewundert, weil könnte man natürlich auch übertreiben, aber nee, hier geht keiner mehr rein. Okay, gut. So, die Schmelze, ja, die Schmelze, stellen wir hier schön mittig, damit die da von zwei Förderbändern versorgt wird, aber kann ich das überhaupt? Zwei Förderbänder in eine Schmelze laufen lassen, müsste gehen, aber die Schmelze hat nur einen Ausgangspunkt, ich bräuchte dann so einen Förderband Verteiler. ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Oder wir bauen einfach zwei Schmelzen. Jetzt probieren wir es mal mit einer. Zeug habe ich dabei, Smelter, Counterfort, Zeug habe ich nicht dabei, zumindest nicht in der benötigten Anzahl. Der berühmte Vorführeffekt. Um Himmels Willen, kein Eisenherz mehr, oder wie? Doch, da. Fast vergessen. Bauen wir mal das Ganze schön mittig. Dann werden wir sehen, wie das so funktioniert. Iron Rod, so. Okay. Im schlimmsten Fall baue ich zwei Schmelzen. Daran soll es glaube ich dann nicht scheitern. So, wo ist denn da die Mitte? Ich würde sagen hier, oder? Ungefähr. Gut. Portable Miners habe ich auch, die könnten wir eigentlich, so was, die stellen wir gleich wieder auf. Den zweiten stellen wir dann unten beim Limestone hin. Melter. oi, 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 oi. Geht's gleich tief runter. So, direkt vor dem Stein, kann ich den? Der wird mich ja jetzt hoffentlich hier nicht behindern, oder? Beim Förderband. Naja. Lassen wir das mal so. So, das kommt hier so hin. Ja, schön ist was anderes. Kann ich das jetzt hier trotzdem verbinden? Nein, kann ich nicht. Ähm, okay, mal eben kurz gucken. Instructor hatte nur einen Ausgangspunkt. Braucht's für einen Verteiler? Aber den kann ich wahrscheinlich noch nicht bauen. Der kommt später erst. Dann wird das jetzt nicht schmarrn, wenn ich hier das lasse. Und das ist noch nicht angeschlossen. Gut, anschließend muss ich das sowieso machen. Machen wir es hier so. So, der fängt auch an. Ah ja, und das Smelter, stimmt, der braucht ja auch schon wieder Strom. Ähm. Ich habe noch ein Kabel. Ich habe noch eine Ding übrig. Ein Anschluss. So, jetzt wird's. Verbinden und trennen. Ah ja, geht später mit einem Extragebäude. Ich dachte es mir fast. Sehr schön, Eisenherz läuft hier auf dem Förderband ins Leere. Wieso? Ah ja, weil ich es nicht eingestellt habe. Brauche ich mich nicht wundern. Ah, jetzt tut sich was. Schön, schön. Aber da stand auch 30 per minute. Und da stand auch 30 per minute. Das heißt, ich brauche zwei Schmelzen. Sehe ich das richtig? Weil sonst staut sich das Ganze hier. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass sich das hier staut. Ganz und gar nicht. Dann müssen wir sowieso hier eine Schmelze und hier eine Schmelze hinsetzen. Powerpole muss ich auch schon wieder Zeugs ransammeln. Okay. Wire. Dann passt es aber doch nur für eine Schmelze, oder? Oder sehe ich das jetzt gerade falsch? Korrigiert mich, wenn ich falsch lege. Weil das heißt auch dann, wenn der Bohrer 30 fördert und die Schmelze 30 herstellt in der Minute und ich dann den zweiten Bohrer noch anschließen würde, dann hätte ich ja 60 und dann nur 30. Das heißt, hier würde sich staunen. Oder bin ich jetzt falsch? Weil ich habe ja eine 1 zu 1 Umrechnung. Ist ja nicht so, dass ich hier irgendwie die doppelte Menge an Eisenherz brauche. ich hätte gesagt, dass wir eine zweite Schmelze brauchen, aber wie gesagt, zwei Schmelzen, oder? Genau. Nirgends ist das Problem, ich dachte mir ja nur, wir probieren es erstmal mit einer Schmelze. Alles kein Problem. Bauen wir gleich die zweite Schmelze. Sofern ich Zeugs habe, ja, habe ich. Schön. Da müssen wir sowieso da oben das nochmal richtig stellen, aber das können wir jetzt gut machen. So, mal eben kurz das mitnehmen, Power Off. Das sammeln wir ein, das sammeln wir ein und halt nicht mehr fördern. Aus. So, gut. Abreißen. Weg damit. weg damit. So, da leh. Gelbe Blümchen haben wir da auch. Cool. Richtig viele gelbe Blümchen. So, gut. Ähm. Oh, war ja. Nicht runterfallen. Mein Inventar ist wieder gefüllt. Smelter. Enroaching, was? Encroaching others clearance? What? Wie meinen? Wahrscheinlich zu nah an dem Bohrer. Naja, genau so war es auch. So, ungefähr auf der gleichen Höhe wie die Schmelze würde ich das Ganze errichten wollen. Ja. Passt doch. Perfekt. So wollten wir das. Einmal so. Und einmal so. So, oderle? Sehr schön. Servus, Chromos. Zu dicht dran. Meinst du? Meinst du, dass das echt zu dicht dran ist? Achso, wegen dem Bauen jetzt, oder? Dachte wegen dem Förderband. So, jetzt muss ich nur mal mein Kabelmanagement da oben überdenken. Weil das stimmt ja jetzt so nicht mehr. Ich habe eine Leitung, wo es reingeht. Brauche aber vier Anschlussstellen, weil ich ja insgesamt vier Gerätschaften habe. Das heißt, ich brauche einen zweiten Powerpole. Und von diesem zweiten Powerpole aus versorgen wir alle vier Gerätschaften mit Strom. Die Leitung stimmt, die Leitung stimmt nicht. Die wollen wir nicht, die wollen wir auch nicht. So, Kabel. denn wir wollen das Ganze einmal so. Dann wollen wir so und so das Ganze und da wollen wir so und so. Stimmt das jetzt. Müsst passen, glaube ich. Werden wir gleich sehen, ob die Gerätschaften laufen. Einschalten. Da hätte ich gerne Kupfererz hergestellt. Perfekt, wird hergestellt. Oder Eisenerz besser gesagt. So, da noch schnell einstellen, bevor sich das Ganze hier staut. Scheint zu funktionieren. Sehr schön. Hier läuft schön rein, da drüben. Gut. Da braucht es jetzt noch ein bisschen, bis sich das hier einpendelt, aber es läuft. Wragt sich nur, wie lange, weil ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wie lange ich hier noch Strom habe. Ah ja, perfekt. Reicht noch ein bisschen. Schön. So, nachdem wir das haben, kommt jetzt der Konstruktor dran. Oder besser gesagt eigentlich gleich zwei Konstruktoren. Aber da hinsetzen tun wir die nicht, oder? Obwohl Platz ist halt so eine Sache. Haben mal eben Foundations. mit welchem Konkrete? Mit dem Konkrete, den ich wieder nicht habe. Naja, stimmt, da habe ich auch das Ganze noch gar nicht angeschlossen. schlamperei. Schlamperei. So, da, da, perfekt. Und so, und so. Sehr schön, läuft der auch. Wir bekommen hier gleich wieder Limestone. Sehr gut. Naja, jetzt geht's los. Hat nur ein bisschen gedauert, bis er sich ins Gestein gebohrt hat. Perfekt. Sehr schön. So, während der jetzt hier Limestone fördert, könnte ich mir gleich mal Gedanken machen. Ich habe ja noch Konkret. Ich habe ja noch Konkret. 67 Konkret. Ja, dann machen wir das Ganze anders. Dann bauen wir erstmal die Foundations. Wollte eigentlich jetzt zum Kupfer jetzt raufgehen, aber wenn das so ist. Ah, da vorne schaut's halt nicht so schön aus. Aber gut. da schaut auch der Baum durch. Kann ich auch nicht abbauen, oder? Bisschen schade, dass da jetzt die Textur durchschaut, aber gut. So, Constructor wollen wir haben. Production Constructor. Reinforced Ironplate dreimal. Also insgesamt sechsmal. Schrauben haben wir hier, beziehungsweise da habe ich ja sowieso sechsmal Reinforced Ironplate. Noch besser. Kurz mal gucken, ist das zu dicht? Wahrscheinlich schon, oder? Bauen wir lieber eins versetzt, weil sonst schaut's komisch aus, glaube ich. Oh, das, das könnte sportlich werden. Und Förderband könnte das ... ... ... ... Geht's sogar. Kommt's halt mit bissl Schwung da unten in den Constructor rein. So, und das gleiche auch mal auf der Seite noch. Ah, da schaut's aber. Ah, nee, nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. ... ... ... So, jetzt hat's ... ... ... ... jetzt bitte nicht euer Ernst. Irgendwie schaut das richtig, richtig gescheiden aus, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ne, das kann ich so nicht lassen. Das stört mich, wenn das Material hier in den Boden verschwindet und unten. Ne, also alles, aber sorry. Liegt wahrscheinlich daran, weil ich den Smelter hier, hm, müsste den Smelter wahrscheinlich weiter vorne setzen. Kann ich hier mit diesen Stützpfeilern schon arbeiten? Wenn ich das hier vorne abstütze und dann runterlaufen lasse? Stützen dann, oder? Ja, ich denke es mir auch gerade, Merze, da hast du recht. So, da zeigt sowieso eine Linie. Was zeigt die Linie an? Da kam doch gerade so eine grüne. Schauen wir das mal. Ich habe keine Ahnung, ob das zielführend ist, aber... Wir werden es sehen. Ist Two-Step, haha. Zu steil. Ähm... Überlegen, überlegen, überlegen. Was tun? Was tun? Also den Konstruktor höher bauen tue ich auf gar keinen Fall. Das ist eigentlich nicht das, was ich nämlich will. Das ist eigentlich nicht das, was ich nämlich will. Hm... Hm, 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 hm. Denk nach, denk nach, was tun? Ah, nee, ich will nicht runterfahren. also was haben wir denn für optionen ich könnte höchstens hier so überlegen und dann darunter ich hier noch mal eine stütze einbauen bringen sonst auch nichts weil dann ist es wieder zu steil stehe ich gerade auf dem schlauch wie wir das am sinnvollsten lösen wahrscheinlich aber wenn ich die schmelze vorne versetze bringt es mir auch nichts weil dann ist es wieder steil ja geht wohl nur so geht wohl nur so matze fundament über fundament oder konstrakte weiter weg hilft nicht der muss weg das ist es geht nicht anders ist zu steil wäre nur eine überlegung ob es mit einem kleinen fundament auch funktioniert nachkommen da bauen wir jetzt das ist aber schon hoch das machen wir nicht machen wir mal das kleine das könnte funktionieren in der höhe könnte es gut funktionieren enroaching others clearance ja da ist wieder da waren sie wieder meine probleme das ist jetzt ausgerechnet der power pole im weg ja das wäre auch noch eine überlegung blackbeard dass ich den konstrakt einfach hier hinsetze ich glaube das mache ich jetzt auch das ist glaube ich die sinnvollste lösung müssen wir zwar noch mal was abreißen aber ja das sind so sachen die sieht man dann erst wenn das ding gebaut ist so schnell geht es dass man hier das ganze anders planen muss smelter möglichst auch gerade ausrichten wie den anderen halt okay gut das läuft schon mal das teil und dann bauen wir hier den konstruktor in den zweiten und dann ist es hoffentlich nicht mehr zu steil drücken wir die daumen heute habe ich sowieso anscheinend noch irgendwas liegen gelassen schaut es da schon wieder durch die textur ich glaube ich werde verrückt aber gut da kann ich es anders machen da kann ich so machen ich habe kein glück hier habe ich kein glück mit den fließbändern man will es ja nicht für möglich halten die hier weit zu weit drüben gebaut wahrscheinlich so alle guten dinge sind drei wir reißen aber da reißen das noch mal ab heute wollte ich schon den konstruktor abreißen so weil es so schön ist bauen wir das teil zum dritten mal smelter wir bauen den smelter jetzt auf der höhe des konstruktors er steht da rückwärts 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 nicht zu nah dran sonst ist es wieder zu steil das ist schon zu steil das sehe ich schon das war nämlich zu nah smelter da ist er zack 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 rückwärts 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 so passt es jetzt ja jetzt könnte es passen könnte passen wahnsinn dass ich das noch erleben darf obwohl das schon auch sehr grenzwertig ist was ich da gebaut habe schaut euch mal das an ist schon ja bisschen steil kleines bisschen aber hey könnte ich das vielleicht eigentlich noch weiter rüber setzen ach warum gehe ich immer in kuh ins baumenü probiere nochmal was so jetzt jetzt schaut das noch was aus so einmal hier einmal hier puh man was für eine schwere geburt hätte ich nicht gedacht dass mich die förderbänder da so lange aufhalten so jetzt schauen wir mal ob da auch gleich was durchläuft halt hier natürlich noch Eisen einstellen ah und stimmt fast vergessen kabel so perfekt einwandfrei extra haftbeschichtet an der unterseite damit nichts runterfällt gut so aber stellen wir den her stellen wir zweimal Eisenplatten her ich glaube das ist zu viel das Gucken wir stellen hier Eisenplatten her und da stelle ich dann Iron Rods her ich glaube die brauchen wir auch noch ziemlich oft muss ich nur wieder mal gucken wegen der Verkabelung Carpoll mit dich setzen geht nicht anscheinend machen wir es hier vielleicht gleich mal wie viele Anschlüsse habe ich da noch sind da schon alle ausgereizt ne einer noch nicht einer noch nicht ähm dann machen wir es da so dann machen wir es da das reißen wir ab aus einem ganz einfachen Grund weil wir nämlich dann das mit dem verbinden und das geht zu dem und gleichzeitig zu dem Missing Cable achso sehr schön so perfekt ja dann wird es Zeit damit wir das ganze auch noch irgendwie unterbringen somit muss hier ein Storage Container her oder sollen wir gleich zwei bauen can't afford Iron Plates und ah ja brauchen wir sowieso genau die Substanzen oder die Ressourcen die hier gerade bei den Constructors hergestellt werden Shutdown ich habe keinen Strom mehr so jetzt schmeissen wir mal eben kurz das rein Pull lever to reset fuse na komm na komm spring an so jetzt vielleicht Jackpot jetzt geht es wieder so da schnell nachlegen weil ansonsten habe ich das gleiche Problem gleich wieder 15 in den Minuten und da werden auch 15 pro Minute hergestellt gut sind zwei Storage Container übertrieben ne ne oder da bauen wir jetzt einfach zwei stimmt das gar nicht oder wie ein bisschen schräg darf es aktuell sein sehr schön da laufen die Platten durch nach ah ja viel Platz für Zeug allerdings nicht mehr so viel Platz bei meiner Basis stört mich ein bisschen jetzt müssten wir halt ja wir müssten das Kabelmanagement mal wieder überdenken weil das Problem ist genau hier ist ja das im Weg müssen wir es hier hinsetzen diese Powerpoles den Powerpoles setzen wir dann hier hin so jetzt nur nicht durcheinander kommen ähm so halt das gehört weg damit habe ich jetzt alle Verbindungen hier gekillt und alle Verbindungen hier gekillt würde wahrscheinlich gleich die Produktion zum Erliegen kommen okay das fährt sich wieder hoch wie gut dass man da nicht direkt runter rennen muss noch nicht Matze später später kann man da auch mehr in eins reinlaufen lassen wenn man diesen Verteiler hat geht's jetzt mit geht's jetzt hier vorne nicht aus oder wie ah nee puh das ist ja Wahnsinn wieso fällt das alles so groß aus es gibt jetzt nur Probleme hier dass alles so groß ausfällt möchte ich die Hub nochmal versetzen habe ich Konkret noch nicht aber gleich normalerweise wenn ich mir einen Schwung herstelle also das ist schon krass da kann man sich schnell die Basis zu bauen hätte ich nicht gedacht dass das so so platzintensiv wird sollte ich mich vielleicht sowieso nach hinten weiter ausbreiten sonst kann ich gleich wieder das ganze versetzen okay so foundations hätte ich gerne richtig viele foundations verschwindet die textur verschwindet die textur verschwindet nicht gut aber lieber eins breiter ich brauche platz zum ausbreiten würde mir das was bringen wenn ich das Hub Teil um eins versetze Problem ist ich muss bedenken dass ich auch von hier oben noch was kommen lasse nämlich das Eisenerz äh Kupfererz und von da unten kommt da Limestone aber gut den könnte ich hier vorne verarbeiten könnte ich es vielleicht probieren wenn ich das um eins hinter versetze vielleicht funktioniert das so was haben wir hier irgendwas das ich nicht unterbringe ich nehme erstmal das ähm ja ja wie gut dass ich da schon storage container habe store all nochmal das mitnehmen ich will nicht dass es verschwindet na ne schwebend wollte ich es eigentlich nicht bauen so richtig schön ich könnte es euch ein bisschen überstehen lassen weil Foundations werde ich ja dann hoffentlich auch noch drunter packen können nur mal wieder gucken stimmt es von der Ausrichtung die Generatoren müssen vorne sein jetzt stimmt es gut okay so dann wollen wir nochmal mal missing Cable ah ich weiß schon warum und stimmt natürlich wieder mal kurz das wegwerfen Biomasse ui Biomasse geht da ganz schön weg also muss man schon aufpassen dass man hier immer genügend herstellt da kümmern wir uns gleich drum na komm ja geht wahrscheinlich nicht weil zu viel angeschlossen ist Kabel wegnehmen Kabel wegnehmen Kabel wegnehmen jetzt müsste eigentlich gehen genau na wer sagt's denn so läuft das Ding ich glaube ja schaut gut aus schaut gut aus komm wohl ne läuft nicht ne läuft nicht machen wir es halt kurz anders dann schalten wir einfach nach und nach alles wieder ein und dann müsste er doch laufen weil vorher hat es ja auch funktioniert was hat er denn jetzt laufen jetzt beide wieder ok ok gut zack einschalten so die Produktion läuft wieder man was bin ich froh was ist Bio-Masse noch schnell herstellen gut gut w . und das die Okay, schön. Ich hoffe, da kann man sich später mal bessere Generatoren bauen. Oh, hoppala. Wollte ich eigentlich schon das symmetrisch haben. So, endlich. Der Produktionsstrang steht. Ganz schön komplex. Läuft ordentlich was durch. Aber gut, jetzt geht's. Jetzt stimmt's. So wollten wir das. Sehr schön. Oh, da komme ich. Ah, da kann ich auch hochkraxeln. Gut, ja. Dann sollte ich mir vielleicht, bevor ich jetzt oben Kupfer anschließe, erstmal Gedanken machen über dieses Hub-Upgrade. Sonst fange ich tatsächlich nachher gleich wieder an. Hub-Upgrade-5. Da gibt's nämlich dann einen Biomasse-Burner. Oh, da brauche ich aber hoch. Da brauche ich Zeug. 500 Drähte, 30 mal Konkret und überwiegend viel Metallplatten und viel Metallrohre. Die aber ja zum Glück eh schon, ja, ganz gut vorrätig sind. Kommen wir uns gleich mal um den Konkret. Damit wir den haben. Genau, Kupfer steht dann als nächstes auf dem Plan. Ich wollte jetzt erstmal das Wichtigste sicherstellen, die wichtigste Versorgung. Und das ist ja letztlich Eisen, dass wir das haben. Gut, Vire können wir gleich herstellen. Zum Glück bekommen wir da ja drei Drähte aus einem Barren raus. Um Zement kümmere ich mich auch noch. Alles zu seiner Zeit, Nathan. 500 Kabel waren es, oder? Oder besser gesagt Drähte. Oder waren es 300? Ihr seht, die Konzentration lässt nach 500. Aber dann packen wir die gleich mal rein. Sehr schön. Da habe ich, stimmt, da habe ich auch noch meinen Portable Miner. Ja, richtig effizient. Um das geht's. Hast du schon recht. So. Sehr gut. Der läuft auch. So, schauen wir zum Kupfer drauf. Beziehungsweise, ne, schauen wir nicht. Weil ich habe doch noch Kupfer in die Kiste gepackt. Aha. Copper Ignored. Bing, 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 bing. Kupfer kommt als nächstes dran. Kommt aber dran. Kommt ganz sicher dran. So, stellen wir mal so 100 Barren her. Damit wir dann die restlichen Drähte herstellen. Und dann können wir aufwerten, das Ganze. Dann sind wir, glaube ich, sowieso nachher schon bei Tierstufe 1. So, 300 Drähte kann ich fertigen. Das passt sowieso perfekt. Die gehen ja zum Glück recht schnell. Bing, 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 bing. Weil da jetzt extra den Konstrakter umstellen wollte ich ehrlich gesagt auch nicht. So, schon fertig. So schnell geht das. Sehr schön. Schauen wir mal, wie es hier ausschaut. Ah, perfekt schaut es da aus. Ich weiß nur nicht, ob es auch so perfekt mit dem Strom ausschaut. Und, ah ja. Funktioniert noch. So, einmal, zweimal, dreimal. Upgrade ab. Ich weiß, so uneffizient, Nathan, bin ich. Wahnsinn. Ich will dieses per Hand produzieren. Also, also known as the MAM. Building, Biomass Burner. Building, Space Elevator. Motivational Message. Congratulations, you succeeded in every provided task. On behalf of Fixit Incorporated, I thank you for your current and future service. Additional Knowledge. The Hub Terminal has been converted to give access to Milestones there to ensure you progress along Fixit-approved protocols. Ah, okay. Rewards, also irgendwas mit Belohnung. Note, future developments should be aimed at constructing the Space Elevator and thus initiating Project Assembly. Good luck. Na, werde ich brauchen können. Glück. So, configure. Ich kann die MAM konfigurieren. Alles klar. Alles klar. Ähm, ja. Da kann ich irgendwas analysieren. Ja, wir fangen mal an mit diesem Alien-Panzer. Dauert 7 Stunden 30 Minuten. Ist das Echtzeit? Ah, ne. 7 Minuten. Okay. Ich scanne wird's. Muss ich dann nur rechtzeitig das Zeug auch holen. So, was wäre es eigentlich, wenn ich das Teil hier noch einmal upgraden würde? Ah, ja. Da wäre ich dann bei dieser Tier 1 Stufe. Utility. Was ist da nicht alles? Es gibt, da kann man hier noch viel mehr Zeugs bauen. Biofuel, Lookout Tower, Logistics. Ah, das glaube ich sind diese Splitter, oder? Schaut ganz danach aus. Personal Storage, okay. Und Bieten. Ah, da könnte ich mir Gebiete markieren. Objektscanner. Und neue Wände und, ja, anderes Zeug fürs Basis-Design. Tier 2, was hat das zu bieten? Ich bin mal neugierig. Graph 2 Parts into another Part. Ah, da würden also zwei, zwei Dinge zu einem gefertigt werden. Rotor. Gut, da kann man, logischweise, das Ganze dann, ja, motorisieren. Ne Chainsaw? Ne Chainsaw? Komme ich mir hier fast voll wie bei Gears of War. Mit der Chainsaw. Jump Pads. Okay. Und Walkways. Ah, verstehe, also so, ja. Ihr wisst, was ich meine. So, sowas, wo man halt, ja, wo man halt drauf rumrennen kann. Mann, oh Mann. Ja, genau, ich renne hier immer durch die Gegend und mache alles per Hand, damit wir länger was vom Spiel haben. So schaue ich auf euch. Ich will halt nur, dass ihr lange in den Genuss von Satisfactory kommt. So, ja. Kupfer wollte ich mich drum kümmern. Und genau das machen wir jetzt. Doch bevor ich losrenne, schauen wir erstmal, ob ich alles dabei habe. Weil die Vergangenheit hat ja doch gezeigt, dass es nicht oft der Fall war. Okay, da habe ich alles. Constructor. Nee, den Constructor bauen wir oben nicht. Wir brauchen nur den Smelter, aber den haben wir ja schon hingestellt. Dann brauchen wir eigentlich Power. Noch so ein Biomasse-Burner. Eigentlich müsste ich den fast unten hinstellen. Aber wenn ich den hier hinsetze... Puh, dann muss ich ja meine Stromversorgung wieder komplett überdenken, oder? Muss ich das? Muss ich das machen? Muss ich dann alles überdenken? Ja, aber es wäre sinnvoll, wenn ich da noch einen bauen würde. Weil ich nicht weiß, ob ich da oben Stromprobleme bekomme. Ach komm, einfach mal raufgehen. Im schlimmsten Fall riskiere ich wieder einen Shutdown, aber dann... ...muss ich das Teil halt nochmal anwerfen. Ich werde irre mit dem nachfüllen. Ich denke es mir fast. Schon, oder? Mit der Biomasse zentral lassen. Ich denke es mir, das... ...kommt sonst... ...ja... ...nicht gut. Sagen wir es mal so. So, okay. Dann wollen wir nochmal. Wir legen das Ganze erstmal so gerade schön raus. Ein paar Meter. Machen dann hier eine schöne Kurve. Bzw. mal eben gucken. Ich weiß gar nicht, wie wir da am sinnvollsten und am besten rauskommen. Ähm... ...okay. Macht es wahrscheinlich Sinn, wenn ich das dann hier so runterlege. Auf die letzte Foundation. Hätte ich es jetzt mal gesetzt. So. Okay. Äh, wo gehe ich denn hin? Da muss ich hin. Ah ja. Soweit kann ich es gar nicht bauen. Verstehe, verstehe, verstehe. Na, wo scheitert es? Ah, jetzt geht es. So, wisst du was? Bevor ich das da weiterbaue... ...nehme ich erstmal das Ganze zurück damit. Da kann man ja gar nichts erkennen. Verstehe, wehrt mir da die Sicht. Einigermaßen gerade. Passt. Iron Plate habe ich jetzt nicht dabei. Wusst doch, irgendwas... ...irgendwas vergesse ich immer. Mit der Kohle-Energie ist es gechillt. Das ist gut zu wissen. So, keine Schrauben da drin. Brauche ich nicht. Brauche ich noch was? Ne, ich brauche nix mehr für die... ...genau, für die Förderbänder brauche ich nix mehr. Ah, halt da mal. Seht ihr das? Ja. Förderbandbau mit Matt Warhead. Ich... ...komm bei der falschen Seite raus. Mei, oh mei. So kann das ja nix werden. Gut, auf alle Fälle muss ich da nicht so weit gehen. Das wollte ich... ...ob ich das noch... ...lerne, dass ich... ...mit F abreiße und nicht mit Q. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht mehr. ...mitten durch den Dschungel. Ah ja, da bin ich sowieso wieder bei den Bäumchen. Wunderschön. Kann man nicht abreißen. Obwohl, wenn ich später mal ne Chainsaw hab... ...gleich könnte ich dann sogar den Baum da umschneiden. Da lassen wir das jetzt einfach mal so. Lassen wir jetzt hier einfach mal durchgucken. Wird schon keine Probleme geben, hoffe ich mal. Gut. Ein ellenlanges... ...Röderband. Ja, jetzt haben wir hier natürlich noch keinen Strom. Das ändern wir aber schon. Nur mal eben, wie wir das machen, ist noch die große Frage. Da habe ich zwei Anschlüsse. Ah, ist schon voll... ...ist schon voller ausgeschöpft. Okay. Ähm... Dann bauen wir den Power-Pole hier. Missing Concrete. Okay, ich verstehe. Verstehe, ich verstehe. Kupfer will ich hier auf alle Fälle noch haben. Dann muss das auch so weit weg sein. So. Da sind auch schon vier angeschlossen, oder wie? Puh... Ähm... Dann gehen wir von der aus. Von der Säule. Okay. Dann gehen wir von der aus. Von der Säule. So. Perfekt. Leitung steht. Fahren wir lieber... ...öfters diese Power-Poles. Dann haben wir nämlich immer mal... ...noch eine Möglichkeit... ...das entsprechend anzuschließen. Können wir da noch irgendwie ein neues Gebäude bauen. Servus Damagus. Grüß dich. Schön, dass du auch dabei bist. Alles klar bei dir. Ich hoffe, ich kann das Kabel so weit ziehen. Ah ja, funktioniert. Funktioniert. Wunderbar. So, und von hier... ...bauen wir das Ganze einfach hier hin. Ah, da hätte ich sogar... ...weißt du was? Lassen wir das nochmal ab. Können wir das nämlich noch ein bisschen länger ziehen. Oh weah. Das hat sich nicht gut angehört. Das hat sich ganz stark nach einem... ...Shutdown vom Generator angehört. Okay. Das wäre eingestellt. Copperignit hätte ich da gern. So, jetzt müssen wir erstmal gucken... ...was da drüben los ist. Ich kann beim Kabel ziehen... ...die Säule direkt auswählen. Dann weißt du... ...wann das Kabel zu lang wird. Ach so. Bei mir ist auch alles bestens. Danke der Nachfrage. Kann nicht klagen. So, die waren schmarrn... ...dass ich die gebaut habe. Und die kann auch weg... ...diese Säule. Gut, ja... ...wir brauchen Biomasse. Unbedingt. Einmal. Zweimal. Perfekt. Läuft wieder. Und oben müsste es eigentlich auch laufen. Das mit diesem... ...ja, wieder starten des Generators... ...das habe ich glaube ich... ...anfangs auch immer ein bisschen falsch gemacht. Da habe ich mir gedacht... ...ich muss drücken. Dabei muss ich diesen Hebel herunterziehen. Deswegen war das vorher immer... ...so eine Sache bei mir. So, wie schaut es denn jetzt hier aus? Ah gut, schaut es aus. Kupfererz. Läuft schon mal... ...in den Schmelzofen. Und vom Schmelzofen... ...dann hoffentlich gleich weiter. Ah, perfekt. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, jetzt bin ich nur gespannt... ...ob das hier nicht zu steil wird, weil... ...ja... ...kön spannend werden. So, ja... ...gerade erwischt. Ehe. Ehe. Anni. Anni. Da wird es gehen. Perfekt. Sehr schön. So wollte man es. Du, kein Ding. Darfst gerne nachfragen, da Markus. Das ist... ...ja... ...wie... ...genau... ...wie Nathan bereits gesagt hat... ...Faktorio in 3D, kann man sagen. Es geht auch darum, dass du hier eine Fabrik letztendlich baust... ...und ja... ...natürlich auch, dass die Effizienz... ...nicht zu kurz kommt. Und ja... ...letztendlich alles hier nach und nach automatisiert wird. Kannst auch im Multiplayer das Ganze spielen. Ähm... ...genau. So, wie weit habe ich das jetzt reinschauen lassen? Naja, okay. Ja, da unten stapelt sich schon alles. Äh... ...reinforced... ...wird auch noch... ...reinforced... ...iron. Fangen wir erstmal schrauben. Ja, ausgerechnet nur zwei Platten. Bisschen zu wenig. Aber das haben wir gleich. So. Ah ne. So wollte ich es eigentlich nicht. Bisschen näher dann. Weil wie gesagt, so viel Platz habe ich ja leider nicht bei mir. Muss bisschen platzsparend arbeiten. Das ist mein grosses Problem. Was habe ich da gemacht? Ah, da ist die To-Do-Liste. Wenn ich da oben Plus und Minus drücke. Achso. Hätte ich eigentlich nochmal näher rangehen können. Habe ich schon wieder falsch gepackt. So, alle guten Dinge sind drei. Falls so schön ist, ein drittes Mal. Aber dann... So. Aber dann... Perfekt. Genau so wollte ich das. Schön. Jetzt ist die Frage, was stellen wir da her? Joa. Oh, Cable? Cable? Dann erstmal Draht. Draht ist das Grundprodukt. Das will ich herstellen. Aber ich will das Ganze auch mit Stromversorgung. Da... Da, 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 da. Da mache ich es mir mal einfach, indem ich da jetzt eine Leitung hier runterlege. Unterlege. Perfekt. Und dann läuft es auch hier... Wie geschmiert. Schön. So. Reicht es noch von der Energie? Boah. Nee. Ganz und gar nicht. So. Ich brauche... Ich brauche unbedingt Grünzeug. Nimm das Zeug. Ja, damit. Brauche viel davon. Richtig viel. Sonst bin ich gleich wieder so weit... Dass der Strom ausfällt. Und somit auch... Die ganze Produktion. Ich bemerke das immer viel zu selten. So. Das dürfte jetzt aber hoffentlich reichen. Habe ich hier... Alles abgegrast. Oder fast alles. 222. Damit dürften wir jetzt hoffentlich länger über die Runden kommen. So. Wollen wir doch mal nochmal... Ach komm, da packe ich jetzt... Hier gleich mal 200 rein. Das teile ich jetzt nicht auf. Zack. Einer läuft. Einer läuft. Der zweite hat auch wieder genügend. Ökostrom. Genau so ist es. Genau so ist es. Das ist dann aber gut. So. Perfekt. Das... Das... Das schaut richtig cool aus. Wenn das hier alles so schön... Dahin läuft. Was ist da los? Warum... Warum stockt sich's hier? Wahrscheinlich... Das muss sich noch kurz einpendeln. Schaut mal den mal kurz aus. Lass mir das hier durchlaufen. Und dann glaube ich... Dürft sich da oben auch nix mehr... Nix mehr staunen. Weil da unten stellt er ja... 60 her in der Minute. Er stellt er vom Kupfer mehr her. Deswegen... Er stellt da mehr her. Das heißt... Das stockt sich immer. Da bräuchte ich einen zweiten Schmelzrufen. Zeit zum Scanner kontrollieren. Wie gut, dass du's sagst. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Limestone, Copper und Iron Ore habe ich. Mehr habe ich aktuell nicht. Ah, zum Scanner kontrollieren. Jetzt. Sorry. Jetzt bin ich dabei. Was du meinst. Der Scanner... Wo ich dieses Alien Zeugs da erforscht habe. Da stand ich gerade auf der Leitung. So, die Analyse von diesem Alien-Dingsbums ist fertig. Jetzt sollte ich eine neue... Spaciman in der Liste zu beginnen. Okay, also ich soll was Neues wählen. Äh, trifft's ziemlich gut. Fluffy-Tailed Dog. Ja, dann... Dann erforschen wir das aber nochmal, oder? Ah, fünf von zehn. Okay, das heißt... Das heißt... Es geht ein paar Kreaturen an den Kragen. In meinem tollen... Taser. Na, wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Ich krieg euch. Wird mal schon das nächste vorkommen. Aber ich könnte ja, wenn ich... Wenn ich hier... Noch eben kurz ein paar Aliens ranhole, Nathan... Dann könnte ich da nicht gleich weitermachen bei der Forschung, oder nicht? Oder sehe ich das gerade falsch? Weil irgendwie ist es hier wie ausgestorben gerade. Wieso ist hier nichts los? Ah doch, da sind sie. Da sind sie, ja. Meine Freunde. Hallo Fluffy-Tailed Dog. Auch wenn die Beschreibung zwar Fluffy-Tailed Dog sagt, anderen tun sie wie ein Schwein im Schweinsgalopp. Na komm jetzt. Halt dich still. So, einer tot. Uiuiui. Das war knapp. Perfekt. Brauchen wir noch ein paar mehr. Ne, ne, ne. Alles gut. Die haben wir gleich. Die haben wir gleich. Die Viecher. Außerdem kann ich hier gleich mal ein bisschen die Welle erkunden. Da unten rennt ja sowieso schon wieder was rum. Aber das... Das schaut anders aus. Das schaut nicht aus wie das Vieh, das ich gerade gekillt habe. Na ja. Schauen wir mal, ob ich's mit dem auch aufnehmen kann. Im schlimmsten Fall verreck ich. Oh ne, 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 ne. Nicht so ein vorhersperrendes Etwas da. Aber noch habe ich ein paar Lebenspunkte. Komm, bring's halt um. Du bist tot. Das ist jetzt so ein direktes Alien gewesen. So, jetzt brauche ich aber erstmal meine tollen Nüsse, die ich da aufgenommen habe. Also es gibt nicht nur diese... Ja, diese Hunde. Sondern es gibt auch diese anderen Viecher. Irgendwie wäre die Ebene besser gewesen. Als meine Stelle drüben. Kommt mir zumindest so vor. Aber gut. Ist ja wurscht. Nochmal umziehen tue ich jetzt ganz sicher nicht. So, da haben wir noch so ein Viech. Wenn sie halt nicht immer im Kreis rennen würden, würde das die Sache auch leichter machen. Aber... Schon ist er tot. Ich weiß gar nicht, ob man sich auch später bessere Waffen herstellen kann. Ich vermute es wahrscheinlich schon, weil... Der Kampf soll ja hier wie gesagt auch nicht zu kurz kommen. War logischerweise nicht primär. Das Ganze aber... Ich denke es wird später sicherlich mal was besseres als diesen Taser geben. Perfekt. So, wie viel haben wir jetzt eigentlich schon? Vier. Einen brauchen wir noch. Einen brauchen wir noch. Dann kann ich weiter forschen. Ich würde es ja schon mal interessieren, ob ich das wieder auch angreifen kann. Wahrscheinlich bereue ich das jetzt gleich. Da geblieben. Es geht. Und ich dachte mir, das will mich jetzt totrampeln. Aber... Hat es nicht gemacht. Rent immer weg. Aber dann könnte ich dich doch sicherlich auch erforschen. Oder kann ich das Vieh gar nicht killen? Da geblieben. Irgendwann bekommst du es mir nicht. Ich stromm es noch zweimal und dann ist es wahrscheinlich... Oh oh. Ah! Cool! Dich brauche ich sowieso. So. Ja, ja, ja. Ist ja gut jetzt. Ist er. Da ist er. Mann, oh Mann. Ist der schnell. Perfekt. Tod. So. Das war das Vieh, das ich da mal vorgetasert habe. Ich weiss nicht, ob das irgendwann mal zu Boden geht. Das wäre interessant. Ich piekse das jetzt einfach noch ein, zwei Mal. Du musst doch eigentlich auch irgendwann tot umfallen. Oder vielleicht kitzle ich das Vieh auch nur mit meinem Taser. Ja. Achts. Zweimal getroffen. Ah, da unten. Hinten kommt es nicht weg. Ne, also ich glaube das... Das lassen wir mal, weil... Das wird nix. Ne, lebt noch. Lebt noch immer. Das war zu Testzwecken, Nathan. Außerdem hat das nix mit einem Tier zu tun. Da unten, das ist nämlich eine Kartoffel auf vier Beinen. Sonst gar nichts. Außerdem muss ich ja an die Effizienz denken. Waren deine Worte vorher? Und da gehört auch sowas zum Erforschen dazu. So, so wie es scheint, läuft noch alles. Fragt sich nur, wie lange. Ich glaube, Strom habe ich nicht mehr allzu viel. Aber jetzt gehen wir erstmal zur Analyse. Damit die da von Stadt hin gehen kann. So, weiter geht's. Wie schaut's hier aus? 42, passt. Und eine 12, passt. Sinken die Aktienkurse, ja. Meine Fabrik ist hier noch nicht an der AG. Ich bin noch nicht so weit fortgeschritten. Denn es staut sich. Es soll sich nicht stauen. Ja, logisch, dass es sich staut, wenn ich keinen Storage-Container baue. Panik! Jetzt habe ich wirklich Panik. Ähm, Storage-Container. Da ist er. Da ist er. Can't afford. Ja. Weil mal wieder alles fehlt. Danke dir, Matze. Danke fürs Vorbeischauen. Hat mich gefreut. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Dir auch noch einen schönen Abend. Ähm. So. Was ist das so? Fast bisschen zu weit. Will den Storage-Container nicht vor meiner Haustür haben. So. So. Jetzt passt's. Sehr schön. Perfekt. Es geht wieder weiter. Mit der Produktion. Schön, schön. So soll's sein. Wunderbar. So. 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 Mal gucken, was ich eigentlich noch alles bauen kann. Foundations Logistics. Powerline. Gut. Die kennen wir ja schon. Den Equipment Workshop. Stimmt. Den hab ich. Den hab ich gar nicht mehr aufgestellt. Den hab ich gar nicht mehr aufgestellt. Und dann muss ich mich noch um den Zement kümmern. Ähm. Den Equipment Workshop. Wenn wir den hier hinpacken. Aber eigentlich war da hinten immer ganz schön. Stell mal hinten Foundations hin. Perfekt. Dann haben wir den nämlich auch wieder. Ja, aktuell kann ich da jetzt sowieso nix. wirklich herstellen. Das ich brauchen würde. Ich würde fast sagen, dass wir noch auf Tier 1 von den Logistics gehen. Die bringen uns aktuell am meisten. Weil da sehe ich dann auch. Wie produktiv das Ganze läuft. Da bräuchten wir 200 Iron Plates. 200 Iron Rod. Und 500 mal Kabel. Dann soll es ja nicht scheitern. Weil die Produktion läuft ja zum Glück ganz gut. Da kann man nicht meckern. So. Die brauchen wir jetzt aktuell nicht. Genau. Die brauchen wir nicht. Machen wir es erstmal so, dass wir das reinpacken. Weil dann ist das auch wieder. hier. Unter Dach und Fach. Na doch brauche ich schon. Mann o Mann. Ja, sorry. Das Hirn lässt nach. So. Machen wir es kurz so. Und so. Gut. Sehr schön. Ich will nur noch die Drähte. Habe ich eigentlich noch Kupfer jetzt dabei? Weil dann könnte ich. Eisenherz habe ich. Eisenherz habe ich. Okay. Jetzt hätte ich mich jetzt kurz an gesagt, dass ich dann auch noch per Hand bisschen mit das ganze herstelle. Aber nee. Dann machen wir das nicht. Doch. Da habe ich noch Kupfer jetzt. Weil dann können wir den Vorgang ein bisschen beschleunigen. Ich weiß, das per Hand herstellen ist zwar nicht die effizienteste Variante. Aber zumindest kommen wir dadurch den neuen Gebäuden ein bisschen näher. Und so geht es ja auch ganz gut. Aber jetzt eh gleich 200 beisammen 300 vielleicht. Ah, nicht ganz. 200 sind es leider nur geworden. Aber jetzt fehlen nicht mehr viel. Fehlen fast gar keine mehr. Mache ich hier noch ein bisschen mit. So hat das erreicht. Ready for launch. Okay. Okay. Was passiert jetzt? Machen wir es einfach mal. Logistics. Schematic unlocked. Okay. Ja, dann schauen wir gleich mal, ob ich da oben irgendwas optimieren kann. Da habe ich auf alle Fälle noch was liegen gelassen. Schlamperei. Ja, die Produktivität ist aktuell bei null, weil kein Strom da ist. Mann, 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 Mann. Strom kann man ja hier echt richtig viel holen. So. Ne, die kommen da nicht rein. Das kommt da rein. Eisenherz habe ich da auch noch. Ich habe noch so viel Zeugs da. Das kommt mal hier hin. Das kommt mal hier hin. Und das andere Zeug lagern wir dann gleich wieder in die entsprechenden Storage Container ein. Sonst suche ich mich dann nämlich beim nächsten Mal dumm und dämlich, wo das Zeug da ist. Ja, das ist wahrscheinlich nicht verkehrt, dass ich mich mal da ein bisschen schlau mache mit diesen Kohlekraftwerken. Sonst darf ich da noch in 100 Jahren hier das Grünzeug pflücken. Wächst das eigentlich nach? Ich glaube nicht, oder? Irgendwie schaut es hier so leergefegt aus bei meiner Basis. Ich glaube, dass das nicht nachwächst. Ich glaube, dass das nicht nachwächst. Wo ich irgendwie so bis... Öl. So. Biomasse. Gut. Pot will return. Pot will return. In einer Minute. Ah ja. Und ich anscheinend wieder was nachhören. So. Das teilen wir schon auf. Machen wir es mal so. Zack. Perfekt. Der läuft wieder. Das teilen wir jetzt nochmal auf. 133. Und ja. Damit das einigermassen gleich ist. 140 waren das. So. Jetzt passt es. Sehr schön. So. Produktivität. Mal kurz gucken. Wo sehe ich die? Ah, da sehe ich die. Oh man, ist das effizient. 1% Effizienz. Oh man, ist das effizient. 1% Effizienz. 1% Effizienz. Das ist ja überhaupt gar nichts. Warum habe ich da nur 1% Effizienz? Achso. Ui. Äh, ja. Darum habe ich 1%. Weil es nicht hinterherkommt. Das ist schlecht. Und beim Mining Drill habe ich wahrscheinlich... 100% logischerweise. Ne, auch nicht. Weil es da auch nicht vorwärts geht. Oder ist zumindest der Wert bisschen besser. Bisschen besser im Sinne von ja. Auch nicht sonderlich gut. Das ist alles irgendwie nichts. Das ist gar nichts. So, jetzt gehen wir aber erstmal zum Scanner. Damit wir schauen, ob da auch schon wieder was fertig ist. Da ist was fertig. Ne, ist noch nicht fertig. 2 Minuten dauert es noch. Ja, wir haben ja jetzt neue Gebäude bekommen. Nämlich die hier. Oder besser gesagt neue Gerätschaften. Splits Conveyor Belts in 3. Useful to move parts and resources from over saturated Conveyor Belts. Also fürs Förderband. So ein Förderbandsplitter. Ah ja, und das ist der Merger. Der letztendlich 3 Förderbänder zu einem zusammenführt. So, bringt mir das was. Bringt mir das was bei meiner Produktion zum Überarbeiten. Wenn ich ein Förderband in 3 aufteile. Ein Förderband in 3 aufteile. Aber das bringt mir doch... Das bringt mir doch gar nichts. Weil da habe ich einen direkten Zugang. Würde mir höchstens hier was bringen. Hier vorne. Aber da habe ich doch eigentlich auch den direkten Zugang. Ich glaube, dass das bei mir in meiner aktuellen Lage und aktuellen Produktionsweise wenig bringt. Es sei denn... Da stelle ich 15 her. Wie waren es da oben? 30, glaube ich, waren es da oben, oder? Es sei denn, ich teile unten die Produktion auf. Dass wir da... Genau, da werden 30 hergestellt. Und unten sind es ja nur 15. Dann müsste ich das aufteilen. Dann müsste ich das aufteilen. Hallo Timo Toys. Ja genau, kann man. Kann man machen. Ähm, ja. Dann müsste ich das überarbeiten. Ich müsste dann... Boah, wie mache ich denn das jetzt? Überlegen. Teoretisch bräuchte ich 4 Constructor, oder? Ich habe da oben Eisen, das sich stapelt. 30 Eisen, 30 Eisen. Wird verarbeitet zu 15. Und da drüben sind es ja auch 15 gewesen. 15 per minute, genau. Ja, das heißt insgesamt 4 Konstruktoren. Die ich aber aufteilen müsste. Ähm. Aber gut. Dann hätte ich 4 Konstruktoren, dann bräuchte ich wieder Strom. Hm. Vor allem stimmt es mir dann hier nicht mehr. Oh ne, ne, das tue ich mir nicht an. Jetzt schaue ich erst mal wegen dem Kohlekraftwerk. Und wegen der Analyse, die fertig ist. Sehr schön. R&D hat eine gemeinsame Ingenierungs-Tool verwendet, um euch in deiner Beschäftigung gegen die lokalen Wildlichkeit zu helfen. Die Blueprint ist jetzt in dem Hub. Habt ihr das gehört? Ich kann was Neues bauen. Ich kann anscheinend hier eine neue Waffe für diese Aliens bauen. Da werden wir auch gleich nachsehen. Jetzt erforschen wir aber erstmal... Ja, Barrelnut. Diese Nahrungspflanze. In the Hub. Gut. In the Hub. Kann ich was Neues bauen? Ähm. Wo ist denn das dann? Ist das hier drin? Trinzer? Ne, ne. Mal kurz gucken. Wo ist denn das drinnen? Da ist es nicht drinnen. Da vielleicht? Space Elevator. Achso. 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 Für die späteren Zugänge bräuchte ich das. Für die späteren, ja, Upgrade-Möglichkeiten. Ich frage mich jetzt nur gerade, wo diese Waffe drin sein soll. Ich check's grad nicht. Merkt man wahrscheinlich auch überhaupt nicht. Da vielleicht. Hä? Da könnte es sein. Ne, da ist es auch nicht. Gibt's vielleicht diese neue Waffe gar nicht. Höchstens noch beim Constructor kurz gucken. Ne. Ich glaub da... Aber da hat's doch jetzt gerade geheißen, du hast was in deinem neuen Hub freigeschaltet. Aber wo? Wo wär das gewesen? Ahja, ich kann ja dann nochmal alles nachlesen. Ähm, Indox. Ist die Frage schon Matic Tutorials? Ne, Tutorials ist es nicht. Da steht's. The R&D has repurposed a common engineering tool to assist you in your defense against the local wildlife. The blueprint is now accessible in the Hub. In the Hub. Ja. Im Daumen-Menü. The Hub. This is the Hub. Okay. Versteh ich. Dann kann's ja nur hier sein. Da ist es aber nicht. Vielleicht gibt's es auch noch gar nicht. Kann auch sein. Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Da ist genau so wenig. Da ist wieder nix. Hier zwei. Nix. 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 Also ich glaub das gibt's noch nicht. Ich glaub das ist nix. Das funktioniert irgendwie nicht. Nun gut. Schade. Aber. Da ist drum. Kann man nicht ändern. Das ist natürlich auch hocheffizient was ich da betreibe. Aber da könnte ich's leicht ändern. Und da werde ich's auch noch ändern. Da bräuchte ich doch jetzt. Ja da bräuchte ich einen zweiten Constructor. Haben wir ja gesagt. Obola. Dann reißen wir den jetzt mal ab. Das Teil reißen wir jetzt auch mal ab. So. Dann brauche ich. Ich brauche letztendlich den Conveal Splitter. Damit ich die Produktion aufteile. Genau. Auf zwei. Teilen wir die auf. Stellen wir das hier hin. So. Und dann stellen wir nämlich hier zwei Konstruktoren hin. Und dann. Dann müsste ich hier eine höhere Effizienz erreichen. Da beißt sich das jetzt wahrscheinlich hier. Oder? Ah. Das beißt sich vom Platz. Okay. Wie viel habe ich jetzt da drin? Ah ja. Geht. Kann man mitnehmen. mal wieder das Zeug fällt. Gell. Kann ich natürlich lang gucken. So. Platten. Die Schiessfiguren waren schon vorher da. Die habe ich vorher schon gesehen. Splitter weiter nach hinten setzen meinst du? Lauf gerade in Platzprobleme rein. Meinst du? Ja. Ich glaube du kannst recht haben. Du kannst richtig recht haben. gähnen. Nannnannnammnublopp. Ah na na. Ähm ja. Problem ist. Ah wird es zu steil? Brauch mal eben wieder. Konkrete. Die Erde ist mein bester Freund. Wir müssen erweitern. Wir müssen erweitern. So, endlich mal hier richtig viel Konkret herstellen. Gut. Aha, ja, ich weiß schon darum. Jetzt müsste es aber gehen eigentlich. Perfekt. Platz kann man bekanntlich nie genug haben. So. Sehr schön. Gut, jetzt werden wir wahrscheinlich das Förderband hier oben auch ein bisschen anders gestalten müssen. Ich könnte natürlich, wenn ich hier oben schon den Splitter baue, dann müsste ich den fast eher hier hinsetzen. Weil dann könnte ich es darüber splitten, da und da. Das Sinn macht es wahrscheinlich eher unten. Schauen wir erstmal, ob wir mit der Schräge da so hinkommen. Weil könnte es sein, dass es da ein paar Probleme gibt. Kann sogar richtig gut sein. Also, in die Mitte habe ich gesagt. Es muss optimiert werden. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Ah, Konkret, oder? Ja, ich glaube, hier wäre wahnsinnig. Gibt's doch nicht. Hier fehlt halt immer alles. Findest du, dass ich zu viel abreiße? Sind eigentlich die Nüsse schon fertig erforscht? Ja, sind sie. Perfekt. Ja, dann gleich mal das erforschen. Dieses Flower Zeugs wird auch erforscht. Nee, nee. Alle baue ich nicht neu. Das wäre zu vieles Guten. Ich will es nur hier oben einigermaßen hinbekommen, dass ich da unten schön gerade rauskomme. Und das geht's mir. Sonst habe ich wieder irgendwie einen doofen Versatz drin. Und den wollte ich eigentlich nicht haben. Ja, ich habe es erfolgreich geschafft, mich hier einzubauen. Echt? Ich will hier raus. So. Jetzt geht's. Gut. Gut, 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 gut. Ich hoffe, das funktioniert. Gut. 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 Ich will den Splitter brauchen mal. Converor Splitter. Ah, ich muss wahrscheinlich das Ding noch ein bisschen länger setzen. Sehr schön. So, drei Konstruktoren, habe ich gesagt. Die wir da hinsetzen. Äh, da wollte ich hin. Produktion, Konstruktor. Da schwebt es irgendwie, oder? Wieso schwebt es denn da jetzt? Ist drum. Gut, dann bauen wir halt hier keinen. Ah, da ist ja schon das andere Teil. Ei, 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 also Platzprobleme sind da durchaus vorhanden. Das passt wieder nicht, weil... Der ist ein Invalid-Shape, ha? Die Biegung passt nicht. Na, weg damit. Das sieht verkehrt aus. Ja, irgendwie schaut das nicht so geplant aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Das passt mir auch überhaupt nicht, dass das irgendwie... Dass das so ist, wie es ist. Dass das so ist, wie es ist. Ich überlege echt gerade, wie ich das am sinnvollsten hier löse, das Problem. Ich würde gleich drei Konstruktoren direkt nebeneinander setzen, die alle in meine Richtung gucken. Dann die Fließbände hier vorne zusammenführen, und ja, dann möglichst nicht bei der Basis anecken. Das wird aber... Das wird nicht funktionieren. Das sieht ver... Meinst du es nicht richtig angeschlossen? Meinst du? Ja, Strom braucht wahrscheinlich das Strom hier noch, oder? Irgendwie passt mir das Ganze gar nicht. Ich sag's euch, das passt mir überhaupt nicht. Ähm... Darüber setzen, dann hier, hier, hier. Probier nochmal was. Probieren geht über Studieren, heißt's immer. Ja, so. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg mit dem Zeug. Weg mit dem Zeug. Ich baue mir erstmal diesen... Diesen, 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 diesen Splitter. Weg damit zu zнаßen möchte. Das kannst du malometer haben sehen. Zudem w semanas gehen auch wieder. Zweifeln. So. warum mache ich es mir eigentlich komplizierter als es ist wenn ich hier einfach das weiterführe ich muss ja nicht zwangsweise hier den storage container hinsetzen wenn ich mich einfach hier ausbreite das machen nur kurz überlegen so gehört das material rein möglichst wenig platz hier verbrauchen das können wir lassen glaube ich sehr schön genau so dann bauen wir jetzt drei konstruktoren strom ist ausgefahren gut ist mir jetzt erstmal wurscht will jetzt erst hier weiter bauen und struktur konstruktoren 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 an irgendwas scheitert es doch immer das ist da das teil im weg aber gut da drüben kann ich noch einen hinsetzen oder genau dann können wir den auch gleich anschließen gut aktuell brauche ich eigentlich sowieso nur zwei weil ich stelle ja wenn dann drähte her drei ist wahrscheinlich sowieso zu viel des guten so jetzt füllen wir das zusammen so eine das ist zu großzügig geplant das rächt sich nur und wieder so großzügig machen wir es so so passt ok genau und da kommt jetzt nämlich das storage container hin und dann müsste es passen dann müsste es passen so organization storage container weil dann haben wir auch ui hopala bin ich schon so weit draußen dann haben wir auch die produktion der drähte bisschen ja bisschen verbessert ja ich stehe im weg so ist das gerade das ist gerade perfekt genau so wollte ich das sehr schön so ok ja jetzt müssen wir natürlich hier alles einstellen wire da drüben auch dann schauen wir uns das mal an wenn das läuft wenn das läuft versteht sich müssen wir erstmal gucken naja hier gibt es noch grün zeug grün zeug für den generator nimm mit das zeug zack 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 hier wie gut dass man da nicht lange stehen bleiben muss und die sammeln muss diese blätter sonst wäre es eine ewigkeitsarbeit ne rampe bräuchte ich mal nicht immer nur springen aber gut solange es geht so biomasse hätte ich gerne hätte ich gerne na perfekt genau 200 100 jetzt läuft das teil hier wieder und hoffentlich da drüben auch die produktion ah ne stimmt weil da brauche ich ja jetzt noch mehr strom ähm Anschluss haben wir hier oben Kabel brauche ich noch so reicht ähm ne mach mal anders so funktioniert das und vor allem ist das effizienter als vorher das läuft hier so rüber hm naja ich glaube die gesamtbelastung ist zu hoch kann das sein das ist es das ist es die gesamtbelastung ist zu hoch hm hm ok ähm ja dann 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 die bauen wir jetzt den aber das geht nicht weil wir davon durch es brauchen kann ich gleich hier auch erweitern wenn wir schon mal hier sind ja toll so machen wir es nicht sagt reicht sowieso vom platz erstmal betonung liegt auf erst mal fragt sich wie lange das reicht power auch hier hinsetzen würde sich es auch anbieten dann machen wir doch gleich mal so so oder perfekt ja no connection dort da 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 dann müssen wir jetzt ja wie müssen wir das jetzt machen das kabel geht drauf muss vielleicht muss vielleicht wenn ich den generator da unten nur für die produktion hier oben verwende er ist doch sinnvoll aber wenn ich in ein komplettes netzwerk alles einspeise überlegt gerade wie ich hier mit dem kabel dann auskomme dann hätte ich drei verbindungen hierhin und eine hier hoch dann müssen wir einfach ein zwischenschritt machen oder die von unten müsste ich dann auf alle fälle muss ich den polen versetzen das ist mal das ist mal fakt gut so dann nehmen wir einmal die verbindung hier sind die verbindung kommt weg ja jetzt fällt hier wieder alles aus ist ja klar muss ja so sein so machen wir es einfach jetzt müsste wieder laufen also wenn wir dann alle drei generatoren angeschlossen haben dann müssen wir wieder genügend strom haben und dann müsste auch das mit dem hier funktionieren mit unserer hupferdraht herstellungs fertigungsmaschinerie ihr wisst was ich meine ich nehme jetzt bewusst mal mehr mit doch erreicht jetzt aber auch könnte doch wisst ihr was eins will ich jetzt noch wissen die chainsaw gab es die schon mit tier 1 die gab es erst mit tier 2 glaube ich oder weil sonst hätte ich gesagt wenn sie jetzt hier eins gewesen wäre holen wir sie uns noch schauen wir mal kurz schade da gibt es nicht da gibt es aber biofuel mit dem meilenstein den machen wir den machen wir weil biofuel ist für mich sehr wichtig weil ihr seht ja ich habe ja extreme probleme gerade eben da haben wir sowieso genügend dabei nehmen wir die hier noch mit aber wenn wir mehr kraftstoff haben können ja dann ist immer gut launch port boom utility reach you have unlocked several structures aim to provide the first needed to build basic factory infrastructure additionally the biofuel blueprint will ensure improved so was haben wir denn hier schönes biofuel oder auch mal biomasse dann machen wir das doch so damit komme ich jetzt hoffentlich gut über die runden so wisst du was das nehmen wir jetzt gleich raus dann stellen wir da insgesamt noch mehr biofuel her wenn schon denn schon so und stimmt die forschung habe ich schon wieder vergessen pale berries april berries habe ich aber nicht so einmal zweimal und dreimal perfekt es läuft wieder sehr schön so soll das sein und so soll es auch bleiben eine gute übersicht weil man wände verschiedene naja und sonst habe ich nichts freigeschaltet guter baum auf alle fälle den lookout tower auch noch aber den baum jetzt nicht gleich weil zuvor möchte ich mal gucken wie es jetzt hier vorne ausschaut mit der effizienz war immer noch so schlecht zwei prozent wieso so schlecht bekommt er noch 15 rein okay aber da war ich doch vorher viel besser von der effizienz nun gut das lasse ich jetzt erstmal so wie schaut das hier aus naja hier läuft ja ne läuft nicht gut durch da staust ich ein bisschen aber gut wichtig ist was dann hinten rauskommt hauptsache wir haben da relativ viele drähte die können wir eigentlich gleich mal mitnehmen weil dann könnten wir dann könnten wir noch das nächste teil erforschen objektscanner natt da kann ich noch müssen anscheinend suchen haben wir das freigeschaltet cool personal storage box wäre gut wenn die grösser wird und vor allem auch wenn das inventar grösser wird dann können wir hier mal alles unter und uns gleich platten wie gut dass ich die jetzt in der zwischenzeit so fleißig herstellen habe lassen und das wollen wir eng ist gleich das nächste Ui, sehr schön. Viel Platz. Sehr viel Platz. Ah ja, da oben ist sowieso so eine komische Bäre. Pailberry. Können wir gleich mal wieder weiter erforschen lassen. Sehr schön. Wird auch erforscht. Ja, ich muss ja für die nächste Stufe sowieso diesen Space Elevator bauen, oder? Hat es doch geheißen. Eine zweite Kiste könnte ich bauen. Okay, das ist ja gut. Ja, dann machen wir das. Bin ich die hier gleich runter? Aber bei der Hub kann ich sie nicht hinsetzen, oder wie? Oder setzen wir die erstmal hier hin? Mehr Platz ist nie verkehrt. Space Elevator. Boah, der ist... Boah. Der ist ja richtig teuer. Der ist ja... Boah. 500 mal konkret. 250 mal... Was ist jetzt los? Achso, das Teil kommt wieder. Ja, puh. Also das ist schon krass, was der kostet. Gut, nehmen wir das gleich wieder mit. Weil dann können wir gleich die nächste Forschung noch machen. Ja, das rächt sich jetzt, dass ich kein Zement automatisiert habe. Das werde ich jetzt aber gleich nachholen. Ah, Drähte. Drähte. Das Gute ist, wir brauchen ja 1500 Drähte. Genau, 1500 waren es für diesen Space Elevator. Und das ist das Gute. Die habe ich gleich. Die haben wir relativ schnell beisammen. Schlimmste ist der Zement. So. Nächstes Ding. Jetzt ballern wir hier die Forschung so richtig raus. Ja, konkret stelle ich ja direkt hierher. Okay. Konstruktor brauchen wir da drüben, also. So. Ja, den Konstruktor. Hm. Hm, 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 hm. Gut, den Konstruktor bauen wir. Den Konstruktor bauen wir. Habe ich viel zu lange auf die... Ja, viel zu lange aufgespart. Hätte ich viel früher machen müssen. Ah, Iron Plates. Mal wieder. Ja, ich habe da einen Extremflaschenhals im... Na? In der Produktion. Drinnen, ähm. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ah ja. Die wollte ich herstellen. Das gehört auch noch unbedingt optimiert, ja. Ich habe hier nicht Tudo gebraut. Jetzt sagte ich, noch habe ich hier raus. Ja. Ja. Perfekt, so, Concrete wird hergestellt. Kann ich das da aktivieren? Kann ich das da abreißen? Aber es wird wahrscheinlich wieder zu steil. Hoppala. Naja, geht nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Hm, könnte ich nur, könnte ich nur das Ganze nochmal versetzen. Das Tolle wäre nämlich dann, dass ich da gleich mal die Produktion vom, vom Concrete reinlaufen lassen könnte. Wenn ich das hinbekomme. Ne, nicht die Foundation. Foundation. So, stellen wir mal eben noch geschwind Konkrete her, beziehungsweise wir können uns ja die richtigen Konkrete hier schon rausnehmen. Ha, 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 ha. Sehr schön. Dann versetzen wir nämlich das Teil einmal. Gehen wir das mit. Gehen wir das mit. Kommt hier hin. So. So, 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 so. Wir brauchen Logistics. Wir brauchen Logistics. Convier Merger. Ja. Ja. So, ich lasse das auf das laufen. Das auf das laufen. Das auf das laufen. Und da ist dann der Output mit dem, ja mit dem Storage Container. Sehr schön. Kommt ein bisschen Konkrete hier ran. Ja, jetzt staut sich das Ganze natürlich hier. Das kann man schon sehen, aber gut. Zumindest bekommen wir jetzt das Konkrete Zeugs hier auch direkt rein geliefert. Und das war mir wichtig. So, und jetzt haben wir noch relativ viel bekommen. Genau. Neue Türen, neue Wände. Und ich kann mir jetzt doch auch so einen komischen Teleskop-Stabdingsterbumster herstellen. So ein Beacon. Und so ein Objektscanner kann ich mir bauen. Ja, dann bauen wir uns mal so ein Beacon würde ich sagen. Ich möchte mal testweise gucken, für was die gut sind. Beziehungsweise, äh ja, wie ich die entsprechend verwenden kann. So, kommt mal hier hin. Das sind ja diese, ja diese Hilfestäbe, die mir zeigen, wo ich hin muss. Brauchen wir jetzt mal testweise da hinten beim Kupfergebiet. Kann ich den Beschriften auch? Ah ne, nur aufheben. Aber dann sehe ich oben, ah ja. Das Symbol. Das ist gut. Das ist gut zu wissen. So, den zweiten brauchen wir jetzt zwar nicht unbedingt, aber Hauptsache hergestellt ist er. Ah ja, jetzt geht's schon, weil so schnell wird der Konkrete nicht hergestellt. Das kommt mir jetzt in dem Fall zugute sogar. Das heißt, das wird immer bisschen nachhinken. Und ja, bei den Drähten passt es mal noch nicht ganz so optimal, aber es wird. Es wird, es wird. So, das haben wir gelernt, das haben wir gelernt, das haben wir auch gelernt, das haben wir auch gelernt. Können wir noch die Wände gleich mal reinschalten. Bein. Perfekt! Ah ja, das ist eine gute Idee. Hochmampfen ist eine sehr gute Idee. Sehr schön. bin ich wieder weit gesättigt. Okay. So, noch kurz gucken, wie schaut es denn hier aus? Ui, 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 ui. Nicht gut, gar nicht gut. Der Wahnsinn, dass man da so viel Zeugs braucht. So, reicht. Für den Anfang. Da ist ja sowieso schon ausgefallener Strom. So schnell geht's. So schnell geht's. Wo war denn das jetzt schon wieder? Ah, das ist wieder mein mein Space Shuttle, das hier gleich auf der Basis wieder landet. Da kommt's geflogen. Einmal im Kreis drehen und sich andocken. Weep. Perfekt. Sehr schön. Läuft wieder. Wie geschmiert. Gut. Na, dann wollen wir doch mal sehen. So, Space Shuttle. Oder Space Elevator. 500 Concrete wird hergestellt. Platten werden hergestellt. Bei den Drähten. So, da schnappe ich mir jetzt mal ein paar. Helfe ich mal eben ein bisschen mit. Ah ja, beim Konkrete hat sich's jetzt aber schon gut eingependelt. Das läuft hier direkt rein, das Zeug. Beim Konkrete ist es perfekt. Von der Effizienz sagt er zwar, es ist bescheiden. Ja, weil's hat auch wieder anschlägt, aber so hier vom Output ist es gut. Ja, da haben wir auch schon vergleichsweise viel Konkrete gesammelt. Also, da kann man eigentlich nicht meckern. Nur vom Input stimmt's irgendwie nicht so ganz. Da auch nicht. dieser Flaschenhals. Wie? Wo? Seht ihr, was ich sehe? Was ist da los? Warum wird da nichts mehr gefördert? Ah ne, ist ja klar. Hat eine Zeit lang gedauert. Weil leider Strom weg war. Das dachte ich mir schon. Ist der Bohrer kaputt? Oder was ist da los? So, was hab ich jetzt eigentlich bekommen? Mit der letzten Tierstufe. Ah ja, die Wände. Die Wände. Die hier. Also, Wände gibt's viele. Bringt irgendwas Spezielles? Ah, die Wand braucht man, wenn man mehrere Stockwerke bauen möchte anscheinend. Okay. Ich will jetzt ehrlich gesagt nicht den Konkrete verschwenden für Wände. Sage ich euch ganz ehrlich. Vielmehr will ich mir noch die Chainser ansehen. Und brauche ich das Space Shuttle dann gar nicht für zwei, oder wie? Ah ne. Erst für Tier 3. Ach so. Okay. So, wisst ihr was? Weil dann stellen wir uns jetzt noch ne Chainsaw her. Und dann noch ein bisschen mit der rumfetzen. Da war ich jetzt ganz auf dem falschen Trichter. Ich dachte mir ich muss jetzt da zwingend schon dieses Space Shuttle Blablabla. Blablabla. Bringt schon gar nicht mehr raus. Hinsetzen. Aber das brauche ich erst mit Tier 3. Und Tier 3 erreiche ich heute so oder so nicht mehr. Also ich könnte schon, wenn ich noch weiter spielen würde. Aber langsam werde ich ein bisschen müde, um ehrlich zu sein. So. Launch Pod. Das liegt an der Fließbandgeschwindigkeit. Das sind Wände, denen du deine Fließbänge dranhängen kannst. Ach so. So. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, was die gesagt hat. Aber wird schon nicht so wichtig gewesen sein. Treppen gäbe es jetzt. Was mich jetzt aber interessiert, sind nicht die Treppen. Was mich jetzt interessiert, ist hier das schöne Teil. Reinforced Iron Plate. 16 Schrauben. Und 25 ja, 25 Eisenstangen brauchen wir da. Dann immer her damit. Wollen wir doch mal sehen, was die Chainsaw hier gleich so kann. Gleich mal die herstellen. Die Iron Plates. Perfekt. So. Ah, halt. 160 brauche ich ja. So. Jetzt geht es ja gleich los mit der Chainsaw. Die Chainsaw ist fertig. Und ja, kommt natürlich hier schön. Hier rein. Ui. Ui. ein schönes Spielzeug. Ganz nach meinem Geschmack. So. Biofuel brauche ich noch. Und dann, dann geht es hier richtig ab. Dann fetzt man gleich hier durchs Unterholz. Nur eben Biofuel sammeln. Oder erstmal die Blätter. Ui. War glaube ich was giftig. Hinten bei dieser komischen Stinkmachl oder was auch immer das war. vielleicht bringe ich nämlich auch dann dieses Gestrüpp hier mal weg mit der Chainsaw. Wenn es gehen würde, wäre das gut. Um nicht zu sagen, sehr gut. Oh, ich hörte das. Sehr schön. Gleich geht's los. So. Das Fichtenmoped ist einsatzbereit. Dann wollen wir doch mal. Okay, das hier kann ich nicht zusammenschneiden. Gut. Dann gehen wir zum nächstbesten Ding. oben sind Bäume. Aha. Okay, das war nur Graszeugs. Hey, cool. Macht richtig Spass hier mit der Motorsäge. Miau. 54 mal Holz. Das Gute ist, da bekommen wir gleich wieder noch mehr Bio-Fuel. Miau. Und sie ist auch relativ sparsam. 65 Bio-Fuel haben wir noch. Die ist richtig cool hier, die Motorsäge. Nehmen wir noch ein bisschen was mit. Also ich glaube, die Motorsäge war echt keine schlechte Investition. das probiere ich zwar noch mal mit dem Gestrüpp dort unten, weil vielleicht bringe ich es ja doch weg. Können wir noch mal sehen. weg ist es. Weg ist es. Perfekt. So. Dann schauen wir uns doch gleich mal die Ausbeute an. What? Das ist ja Wahnsinn. 264 Holbscheite und auch die Blätter sind nicht gerade wenig. 725 Blätter. Brutal. Das ist ja richtig krass. Da bekommt man Biomasse noch und nöcher. Vor allem wie viel Treibstoff ich mir jetzt unten herstellen kann. Einfach mal ganz geschmeidig 664 Treibstoff. Jetzt stellen wir aber nur mal 300 her, weil das ist ja Wahnsinn. Genauso ist es. Da fütter ich jetzt mal meine Generatoren ordentlich mit Treibstoff. Weil jetzt geht es ja. Jetzt habe ich ja hier genügend Zeugs gesammelt. Also das ist schon cool mit dieser Motorsäge. Die hat es in sich. So. Leider mit. Auch gleich wieder rein damit. Da glaube ich auch noch 200. Perfekt. Also die Generatoren sind erstmal bestens gefüllt. So und jetzt machen wir noch was anderes. Jetzt bauen wir was. Und zwar bauen wir wir bauen diesen Watchtower. Muss mal eben gucken oder Lookouttower so heißt er ja. So den bauen wir mal ja wo bauen wir den hin? Den bauen wir am besten hier oben hin. Komme ich da direkt hoch? Ich glaube da komme ich blöderweise nicht hoch. Schade eigentlich. Aber da drüben komme ich hoch. Dann setzen wir den vielleicht da oben hin. das ist doch mal ein schönes Plätzchen. Konkret habe ich noch dabei. Perfekt. So Rampen. Damit wir da auch schön raufkommen. Und jetzt kommt hier der Lookouttower. Perfekt. Dann nix wie rauf. Auf unseren tollen Aussichtsturm. Schön. Was für eine Aussicht. Richtig richtig toll. Ja da unten ist sie meine Produktionsstätte. Von da hinten kommt das Kupferherz. Von da unten der Konkret. Von da oben das Eisenherz. Und wenn man sich hier mal so umsieht die Welt hat noch viel viel mehr zu bieten. Echter Wahnsinn. Ja ihr Lieben und mit dieser tollen Aussicht bin ich hier und heute am Ende des Satisfactory Livestreams. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe ich konnte euch ein bisschen was zeigen vom Spiel. Sodass ihr ja jetzt schon mal darüber Bescheid wisst. Am 19. 3. kommt es wie gesagt raus. Und da unten stockt sich schon wieder alles. Eieieiei. Ja. Das ist noch nicht so gut gelungen da unten meine Produktionsstätte. Ja. Ich sage wie gesagt danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute Nacht. Einen schönen Sonntag dann. Und dann natürlich auch einen guten Start in die Woche. Bis zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Livestream. Nächsten Samstag schauen wir mal was wir dann da spielen. Beziehungsweise nächsten Samstag Ah. Nächsten Samstag habe ich schon eine Idee. Sage ich aber jetzt noch nicht. bleibt noch mein kleines Geheimnis. Ja und dann macht's gut schlaft schön und bis zum nächsten Mal. Servus.